Deswegen liebe ich Musik so sehr, weil sie ist im Moment des Erklingens da. Jetzt nur für mich gesprochen, ich mache so, da kommt ein Ton raus. Es ist Musik da. Du hörst sie, ich höre sie, ich spiele sie, man erlebt sie. Und dann ist sie vorbei und du hast nichts, woran du festhalten kannst, nur dein Erleben. Und das ist für mich, das ist für mich Luxus. Es ist nicht einfach für mich, zurückzugucken. Weil ich dann die Gefahr sehe, ins Bereuen zu kommen. Und ich versuche, mich noch ein bisschen davor zu schützen. Ich habe mal von einem Tag auf den anderen meinen besten Freund verloren. Wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, dann kommen aber ganz andere Gedanken. Ich habe das verpasst, dieses Gespräch nicht geführt, das nicht gehabt, jenes nicht gehabt. Wahrscheinlich wäre es lebensklüger, mal dahin zu gucken. Und da hast du Angst? Ja. Aber es ist, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mich zumindest frage, wieso hast du eigentlich keine Beziehung zur Vergangenheit? Ich habe keine. Vorbei. Und wahrscheinlich ist das eine Lüge. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe, als ich die No4-Dokumentation gesehen habe, habe ich dich gesehen, natürlich auch beim Spielen. Und es hatte für mich etwas Sexuelles. Hat es das für dich auch? Ja. Und ist es tragisch, dass es so schwer ist, das im echten Leben zu haben? Wäre ich jetzt ein Therapeut, ich hätte sehr viele Fragen. Willkommen im Hotel Matze. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Igor Levitt. Igor Levitt ist Pianist und ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass er einer der bedeutendsten Musiker unserer Zeit ist. Im Alter von sechs Jahren hat er schon sein allererstes Konzert gegeben. Mittlerweile tritt er weltweit auf und ist weltweit gefeiert. Aber Igor ist nicht nur der Superpianist, er ist auch Uniprofessor, aktives Mitglied bei den Grünen und sowieso politisch sehr, sehr aktiv. Er äußert sich immer wieder entweder auf seinen eigenen sozialen Kanälen oder in Interviews wie diesem hier. Wir sprechen über Igor als Wunderkind. Ich wollte von ihm wissen, was es mit ihm gemacht hat, so früh als Wunderkind oder sogar als Jahrhundert Talent bezeichnet zu werden. Wir sprechen über Sprache als Waffe, es geht um sein diffuses Verhältnis zur Vergangenheit und um die sexuelle Energie seines Klavierspiels. Und wir sprechen über seine Haltung zu Deutschland, die sich seit dem 7.10.2023, seit dem Angriff der Hamas auf Israel und den Umgang damit in Deutschland verändert hat. Es geht um seine Erschütterung als Jude, es geht um Zugehörigkeit und es geht um persönliche Konsequenzen. Es war eine sehr weitreichende Unterhaltung, kann man sagen, mit sehr unterschiedlichen Stimmungen, so vielleicht wie ein Klamierkonzert von Igor Levitt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Igor Levitt. Brauchst du Ordnung? Ja. Aber ich brauche viele Themen. Was heißt das? Also du brauchst vieles, also jeder Mensch braucht ja vieles. Ja, und ich würde sagen, also ich muss immer an diese eine Filmszene denken aus dem wirklich sehr, sehr schlechten zweiten Teil von Wall Street. Oh, den habe ich nicht gesehen, nein. Es gibt eine Szene, die ich sehr mochte, wo einer den anderen fragt, jeder Mensch hat einen Preis. Also ich paraphrasiere mal. Du bist nur am Zerstören. Was ist dein Preis, um aufzuhören? Wie viel willst du? Wie viel willst du, damit du aufhörst? Und dann schaut er ihn an, lächelt und sagt, mehr. Und natürlich aus einem positiveren Ansatz heraus würde ich sagen, ich brauche Ordnung, aber ich brauche mehr. Ich kann nicht nur an einer Sache arbeiten oder mich mit nur einer Sache beschäftigen. Ja, das verstehe ich. Insofern, es liegt sehr, sehr viel auf dem Tisch. Ich weiß ja bei mir immer, wo was liegt. Und was passiert, wenn Unordnung in dein Leben tritt? Dann sorge ich dafür, dass sie aufhört. Ja? Wo kommt das her, dieser Ordnungsdrang? Also ich kenne dich ja nicht, aber ich habe dich, ich habe es über dich nachgedacht und dachte, der Ego, der ist ein ordentlicher Mensch. Ja, weil mein Leben mir etwas anderes, also erstens, mein Leben würde mir etwas anderes gar nicht erlauben. Wenn ich etwas nicht sofort erledige, dann vergiss es, dann habe ich es am nächsten Tag vergessen. Und Unordnung, zum Beispiel, es gäbe viele verschiedene Unordnungen. Ein Teil von Unordnung kann sein, Menschen zum Beispiel nicht zu antworten. Jemand schickt dir eine E-Mail, jemand schickt dir einen Brief, du antwortest nicht. Ich hasse es, Menschen warten zu lassen und nicht zu antworten. Und es geht so weit, dass, also es gibt ja so Leute, die finden es witzig, wenn bei denen steht, 41.322 ungelesene E-Mails. Bei mir ist keine einzige ungelesen und die allermeisten beantwortet. Und ich wirklich, ich sehe diesen Pfeil nach links und denke mir, okay, erledigt. Das ist auch ein Zeichen des Respektes. Und das ist mir wichtig, das bedeutet mir, ich möchte Menschen nicht warten lassen. Und was passiert, wenn du warten musst? Dann bin ich, dann ärgere ich mich. Aber ist dann eben so. Ich kann ja nicht meine Ansprüche ständig irgendwie auf andere projizieren. Aber bei mir warten Menschen sehr, sehr selten. Und wenn mir dann doch einer durchrutscht, dann tut es mir leid und dann sage ich auch, tut mir leid und dann geht es weiter. Ist das eine Form von Kontrolle, die du da behalten willst? Auch, aber es ist tatsächlich einfach eine Form des Respektes gegenüber den anderen. Also ich bin nicht, ich funktioniere nur über, also nicht nur, aber am besten und am schönsten finde ich es über Beziehung zu anderen. Also ich habe nicht einfach eine Managerin. Ich habe einen Menschen, mit dem ich arbeite, die ich sehr, 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 sehr gern habe, seit über zehn Jahren. Ich habe nicht einfach eine Presse- und Öffentlichkeitsbeauftragte, sondern da ist ein Mensch, den ich unglaublich gern habe, seit fast zwölf Jahren. Menschen, die hinter der Bühne sind und zum Beispiel bei Konzerten. Das sind für mich keine Servicer. Das sind Menschen, Individuen. Und es gibt manchmal solche und solche Tage und dann habe ich mal bessere, mal schlechtere Laune. Aber ich bemühe mich sehr, jeder und jedem als das zu begegnen, was sie verdienen, nämlich einem vollen Menschen. Das ist, daraus kommt das. Insofern, ich lasse einfach, ich weiß auch ganz genau, ohne die wäre ich jetzt gerade nicht auf der Bühne. Ja. Zum Beispiel. Oder ohne die hätte ich das jetzt nicht geschafft. Ohne den hätte ich das nicht gemacht. Ich funktioniere, wie gesagt, nur in Beziehung und Kollegialität und Augenhöhe. Und dazu gehört eben, lasst Leute nicht warten. Ich habe jetzt schon direkt 43 verschiedene Stränge, die wir geben könnten. Bitte. Mein 15-Uhr-Termin ist ausgefallen. Sehr gut. Also das Erste, damit wir das direkt vom Platz kriegen, was ist dein Preis? Für was? Also die Gordon-Gekko-Frage jetzt quasi. Also ich weiß nicht, ob es Gordon-Gekko bestätigt. Mehr. Mehr ist dein Preis einfach. Ja. In allen Lebenslagen? Ja, aber es ist auch das, was ich von mir verlange. Also ich habe seinen unbedingten Lebenswunsch. Ich will einfach leben. Und ich will von diesem Leben alles haben, zu jeder Sekunde und in jedem Moment. Und es ihm aber auch geben. Und insofern ich redigiere, mein Preis ist alles. Alles, was möglich ist in dem Moment. Für alle tragbar. Aber ja, ich gehe nicht über Leichen. Welcher Notwendigkeit liegt das zugrunde? Ich glaube, es liegt zugrunde einem Grundgefühl, das ich seit klein auf hatte und habe. Ich habe eine ziemlich deutliche, bildliche Vorstellungskraft über Dinge. Das können die absurdesten Sachen sein. Es ist irgendwie, also wirklich Bilder und Gespräche und können wir vielleicht nachher drüber reden. Die eine Sache, bei der ich wirklich nicht gut bin, ist mir vorzustellen, wie ich aussehe, wenn ich alt bin. Und daraus ist entstanden, vielleicht kriegst du jetzt deine nächsten 50 Stränge. Daraus ist irgendwann, als ich viel kleiner war, entstanden, ich habe, wie viel Zeit habe ich? Daraus ist entstanden, mache ich morgen, gibt es nicht. Weil ich vertraue dem Morgen nicht. Ich vertraue, ich weiß nicht, was morgen passiert. Ich habe kein Vertrauen zum Morgen. Das ist jetzt und heute. Und das ist wirklich Ursuppen-Levitt? Ja. Also das ist gar keine Notwendigkeit, die dem zugrunde liegt, sondern eigentlich, dass es so mitgeliefert wurde? Beantworte die Mail, das dauert 30 Sekunden. Das kostet dich gar nichts. Mach es einfach. Und jemand anderer muss nicht warten. Es tut dir nicht weh. Mach es doch einfach. Ja, das verstehe ich. Also im Kleinen und im Großen. Es ist, ich möchte dieses Stück spielen, aber ihr habt überhaupt keine Zeit. Ja, ich habe keine Zeit, aber ich muss es spielen. Ich will es jetzt spielen. Und der Widerspruch ist natürlich, ich habe gerade gesagt, ich traue dem Morgen nicht wirklich. Und gleichzeitig habe ich einen Konzertkalender und plane gerade 2027. und mache das auch mit aller Hingabe und, wie sagt man das, Hingabe und, aber könnte eigentlich die ganze Zeit mich auch drüber totlachen. Ja, weil das natürlich, es gibt ja diesen Satz, Gott lacht über deine Pläne, glaube ich, irgendwie sowas. Mach einen Plan und Gott wird drüber lachen. Oder wer auch immer. Oder wer auch immer, ja. Also irgendjemand lacht immer. Okay, dann gehe ich mal auf einen anderen Strang kurz, der mir auch direkt, also wir kommen zu alles und alles mögliche, kommen wir immer noch zurück. Aber, weil du hast gleich die Menschen angesprochen an deiner Seite, ohne die ein Abend und so weiter nicht möglich wäre. Ohne die sehr vieles nicht möglich wäre, ja. Was mir aufgefallen ist in der Dokumentation über dich, No Fear heißt die, dass die Menschen an deiner Seite, die auch körperlich sehr nah sind. Also man sieht dich in dieser wunderbaren Dokumentation mit deinem Tonmeister Andreas und ganz oft sieht man euch eng, sehr eng beieinander und umschlungen, könnte man schon fast sagen. Und nun bin ich ja eine richtige Kartoffel und das ist etwas, was ich selten sehe. Ich habe mir unglaublich viele Musikdokus schon angeguckt, aber das habe ich so noch nie gesehen. Wie reagieren diese Menschen am Anfang darauf, wenn Igor anfängt, ich sage jetzt mal, zu kuscheln? Manche lassen es zu und manche nicht und wenn sie es nicht zulassen, ist es okay. Ja. Ganz einfach. Ne, das verstehe ich. Aber es ist für die wahrscheinlich ja auch ungewöhnlich erstmal, oder? Kann sein, aber sie sagen es mir, wenn es so ist. Also ich, also Andreas und ich sind einfach sehr, sehr eng. Mittlerweile seit fast neun Jahren. Länger sogar. Zehn Jahre. Es gibt sehr wenige Menschen in meinem Leben, mit denen ich so eng bin. Und die kennen mich so gut, die wissen, das ist so, das passiert, dass ich gerne einfach jemanden umarme. Ja. Ja. Ich finde das was, verstehe das bitte richtig, ich finde das total schön und es ist so etwas, wo ich... Es bedeutet mir viel, also in dem Moment. In dem Moment, ich vertraue Andreas in dem Moment, mich an. Und zwar... Ja, nicht nur in dem spielerischen, sondern auch dich als Mensch. Mich als Menschen, ja. Was brauchst du? Es ist mir wirklich wichtig, ich kann das nur noch immer und immer wieder sagen. Jeder, ich auch, jeder Mensch erfüllt beruflich seine Funktion, hat seine Aufgabe. Menschen um mich herum, in meinem Leben, haben alle ihre Aufgabe. Wie gesagt, Christine, meine Managerin, hat auf dem Papier ihre Aufgabe. Maren hat ihre Aufgabe, Nuria hat ihre Aufgabe. So, das ist, es ist... Aber ich verhalte mich nicht so ihnen gegenüber. Ich kann das gar nicht. Ich kann nicht... Ich spreche mit einem Menschen, ich kann nur nicht... Also ich schaffe es nicht, mit Nuria zu telefonieren und nur über Reise und Logistik zu reden. Das ist ein ganzer Mensch, der mir da gegenüber sitzt, die ich sehr mag. Und mit denen ich auch viel teile. Und sie dann ab einem bestimmten Punkt auch mit mir teilen. Und wir lassen einander nicht hängen und sind einfach da. Und irgendwann kommt bei mir, ja, der Punkt der körperlichen Nähe. Natürlich, wenn jemand das nicht will, will jemand das nicht. So ist das auch in Ordnung. Ist dieses Vertrauen, was du den Menschen ja auch entgegenbringst, ist, ist das etwas, was wächst? Oder ist das etwas, was du direkt Menschen entgegenbringst, wenn du sie kennenlernst? Es ist etwas, was ich direkt entgegenbringe und dann schaue, ob es eine gute Idee war oder nicht. Ja, also du korrigierst später. Ich muss leider auch später korrigieren manchmal, ja. Schmerzhaft? Ja. Warum musst du korrigieren? Also was sind Momente, wo du sagst, hier ist das... Also klassisch einfach Verletzungen. Ja. Ich meine, man lernt eben dann jemanden kennen. Ich lerne jemanden kennen. Ja, dadurch dann auch. Und dadurch, ja, regulieren sich Dinge dann von selbst. Aber im ersten Moment sind fast alle Türen offen. Ist auch nicht immer, wahrscheinlich nicht immer klug, aber ist eben so. Also ich kenne ein paar Menschen, bei denen das ähnlich ist. Und meistens, also kommt es dann auch irgendwann zu, oder kenne ich auch zu so einer Art Verletzung, weil das sich so ungleich anfühlt. Also Menschen, die viel geben. Irgendwann kommt auch so eine Erwartung, so eine Bedürftigkeit, ein Mangel und so weiter. Und dann kippt das so eine Schieflage. Es gibt dann manchmal so einen, ja, so eine Art, ich habe dir doch auch so viel gegeben. Vielleicht bin ich immer ausgesprochen. Das sind so Momente, wo ich mich dann über mich selber ärgere und sage, das ist nicht, dass du jetzt verletzt oder enttäuscht bist, ist nicht immer die Schuld des anderen, sondern der andere ist ihm so. Aber was waren deine Erwartungen? Und dann ärgere ich mich über mich. Dann denke ich mir, also ich ärgere mich ungerne über mich. Dann schon. Aber dann schon, ja. Dann schon. Du hast erst erzählt, dass du als Kind schon kein Bild vom Morgen hattest oder kein Bild von dem, wie du alt bist. Ich glaube, ich kenne kein einziges Kind, was das hat. Also ich hatte das auch nicht. Ich habe es immer noch nicht. Und wie ist es aber rückblickend? Ich habe keine Beziehung zur Vergangenheit. Und damit ist der Podcast zu Ende. Na, das glaube ich noch nicht. Das kannst du ja mal rauskitzeln. Aber ich würde jetzt erst mal behaupten, was vorbei ist, ist vorbei. Ich habe, ich besitze Dinge auch, ich muss nicht Sachen besitzen. Mit sehr wenigen Ausnahmen. Bedeuten mir gar nichts. Also wirklich gar nichts. Dinge können weg. Was kann nicht weg? Menschen. Menschen, okay. Das sind ja auch keine Dinge. Korrekt. Das beste, das Beispiel, was natürlich ich so fortbringen kann, ist, deswegen liebe ich Musik so sehr. Weil sie ist im Moment des Erklingens da. Jetzt nur für mich gesprochen. Ich mache so, da kommt ein Ton raus. Es ist Musik da. Du hörst sie. Ich höre sie. Ich spiele sie. Man erlebt sie. Und dann ist sie vorbei. Und du hast nichts voran, du hast nichts voran, du hast nichts voran, du festhalten kannst. Nur dein Erleben. Und das ist für mich, das ist für mich Luxus. Das ist für mich Luxus. Das ist, die Analogie meine ich durchaus sehr ernst, das ist wie Essen und Trinken. Da ist gerade Wasser drin. Und gleich nicht mehr. Ja. Der Teller ist leer. Und ich habe das erlebt. Das ist für mich Luxus. Und diesen Luxus möchte ich gerne mit Menschen teilen. Das kann nicht weg. Ein Tisch kann weg. Ja. Mein Flügel kann nicht weg. Hast du diese Beziehung zu diesem einen Flügel? Nein, aber ich kann dann kein Klavier vorbeilaufen, ohne dass ich es, ehrlich gesagt, gerne kaufen wollen würde. Ja. Aber alles. Mein Tisch, egal. Bett, egal. Es ist so Gläser, Teller. Ja. Ich habe dazu keine Beziehung. Ich habe es halt und freue mich darüber, wenn andere drauf sitzen. Ich für mich brauche, brauche das alles eigentlich nicht. Ich brauche Menschen, mit denen ich Dinge zusammen erlebe. Also das alles ist vor allen Dingen alle Menschen. Ja. Nicht alle, aber Menschen. Viele von denen. Viele von denen allen. Und wenn du jetzt, gibt es ja Fotos von dir als Kind auch. Du hast einige auch mal gepostet. Was sind so die Sachen, die du, also du sagst auch, Erinnerungen gibt es nicht, aber es gibt ja Gefühle, die man hat. Die man als Kind hat, die man jetzt hat, die man, welche Gefühle sind das? Die ich früher hatte oder ich jetzt habe? Die du früher hattest. Also welche Gefühle verbindest du mit deiner Kindheit? Ungeduld. Und eine sehr, sehr, sehr ausgeprägte Neugierde. Es ist beides geblieben. Ich sehe eine Tür, die ist zu. Da ist ein Spalt weit offen. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Es könnte schrecklich sein. Ich will da durch. Das Unbekannte. Ich liebe das Unbekannte. Ist es eine Gier? Ja, auch. Mehr. Vor mir heute Gordon Gekko. Wer hätte das gesagt? Das war übrigens nicht Gordon Gekko, das war ein anderer. Ja, aber so der Typus, der Typus Mensch. Kannst du diese Art von Menschen verstehen? Ja. Dadurch? Ja. Kannst du auch verstehen? Also du bist nicht materiell, aber es gibt ja sehr viele Menschen. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht materiell bin. Es gibt Dinge, die ich ganz toll finde. Da geht es dir aber nicht um alles und haben, haben. Das ist dir wurscht. Korrekt. Du brauchst Menschen, aber es gibt ja Menschen wiederum, die sagen, auch Menschen sind mir egal, aber der Zaster und der Tisch, die verstehst du nicht. Aber das Grundgefühl? Das Grundgefühl von Gier und Hunger nach Erleben, das verstehe ich total. Ja. Worauf führst du das zurück? Dass ich das verstehe? Nee, dass du das hast, dass du diese verschlossene Tür, weil eigentlich, könnte man meinen, zumindest wenn ich so deine Biografie lese, stehen dir ja schon immer alle Türen offen. Ja, das denkst du. Ja, deswegen frage ich nach. Also erstens nein und zweitens habe ich in den Kategorien nie wirklich nachgedacht. Ich habe einfach Sachen gemacht. Ich habe einfach gemacht. So. Und wenn ich was nicht machen durfte, dann habe ich es halt woanders gemacht. Und jetzt ist es eben, jetzt bin ich in einer Situation, ich komme gleich auf deine Frage, jetzt befinde ich mich in einer Situation, wo ich von Menschen umgeben bin, die mir geholfen, mit denen ich gemeinsam einen Punkt erreicht habe, wo ich jetzt sagen kann, ich will es machen. Und wir machen. Aber ich bin unendlich beschenkt mit ihnen. Full stop. Ja. Woher das kommt? Ich bin nicht hibbelig, aber ich mag Bewegung und ich kann mit Stehenbleiben und Status Quo nichts anfangen. Und nochmal, vorbei ist vorbei. Das nach hinten schauen ist meins nicht. Ich kann nur vorwärts. Wie bist du so ein guter Pianist geworden? Keine Ahnung. Wenn du hibbelig bist, weil das hat ja ganz viel mit Üben zu tun. Das hat ja ganz viel mit Dranbleiben. Ich arbeite viel. Ja, ich weiß. Das ist mir klar. Also alles andere wäre jetzt eine große, also das wäre jetzt schon wieder ein Plotwist. Aber gerade wenn man... Ich habe ein Double. Wie viele hier. Aber dann beschreib mir mal diese Beziehung zum Klavier. Die mit drei, so erzählst du es immer wieder, hingekrabbelt angefangen. Ja, Klavier ist... Also... Ich gebe dir jetzt wieder einen Plotwist. Es gibt nicht viele Räume und Orte, an denen ich mich sicher fühle, an denen ich loslassen kann, an denen ich zum Beispiel in dem Haus schlafen kann. Ich habe Schlaf und ich sind keine Freunde. Die Orte, an denen mir das gelingt, weil ich einfach genuin fühle, mir kann hier nichts passieren. Nichts. Das ist die Bühne. Das sind meine Freunde. und der Sport. Aber bleiben wir bei der Bühne. Ob vor fünf Zuschauern oder 2500. Das ist der Ort, an dem ich wirklich, soweit ich hier sitze, absolut angstfrei agieren kann. Was kann mir... Ich habe mich immer gefragt, was kann mir Schlimmes auf dieser Bühne passieren? Ich kann es in den Sand setzen. Ja. Das wäre extrem ärgerlich. Ich... Jemandem könnte das, was ich da tue, nicht gefallen haben. Ja. Jemandem anderem dann schon. Die Presse kann darüber schlecht schreiben. Es kann sein, dass es dem Veranstalter nicht gefällt. Der lädt mich nicht mehr ein. Alles Dinge, die wichtig sind. Ich nehme das alles wichtig. Aber es ist nicht gefährlich. Und irgendwann hat es Klick gemacht und ich dachte, das ist kein gefährlicher Ort. Und das ist der Ort, ein Konzert, an dem ich mich erhole. Meine Freunde sind, lassen Momente für mich entstehen, an denen ich mich erhole. Und ein Stück weit der Sport auch. Was aber im Umkehrschluss heißt, dass mir Erholung und Sicherheitsgefühl und Ruhe anderswo und ein großer Teil meines Lebens spielt sich in diesem anderswo ab, alleine reisen, irgendwas alleine machen, dass mir dieses Gefühl total fehlt. Und das ist, das war nicht, das war schon immer nicht einfach. Das ist in den letzten fünf Monaten noch wirklich unendlich viel schneller geworden. Aber Klavier ist, ja, aber Klavier, und ich sage jetzt mal, so die Zange, die dir hier. Aber Klavier ist Sicherheit. War das, also warum konnte dieses Klavier, also es gibt ja viele Menschen, die Klavier lernen. Ich komme aus dem ehemaligen Osten, wie man so schön sagt. Und ich kenne diejenigen, die in der Musikschule früh waren, die auch Klavier geübt haben. Ich erinnere mich an meinen Sandkastenfreund David. Und David hat das irgendwie immer gemacht. War immer ordentlich, wunderbar. aber sobald das irgendwie fertig war und ausgezogen ist, dann war es das mit dem Klavierspielen. Weil es ein Müssen war. Und hast du das Klavier schon immer als ein Kann begriffen? Ja. Ich habe den Beruf als ein Muss begriffen eine Zeit lang. Ja. Und tue ich immer noch. Was zur Folge hatte, dass ich ein, zwei Mal in meinem Leben sehr nah dran, zwei, drei Mal wirklich ernsthaft so weit entfernt war, den Beruf zu schmeißen. Was aber nicht am Klavierspielen lag, sondern Beruf. Zum Klavier habe ich, Klavier ist reines Können, es ist Opportunität, es ist eine Möglichkeit für etwas. Ich kann da etwas tun, ist doch egal was, ich will es tun. Das ist auch, ich spreche mit meinen Studenten und sage ich denen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt diese Stücke von links nach rechts drehen, ihr seid souveräne Wesen, ihr macht, was du willst, was ich wissen will von euch. Warum tut ihr, was ihr tut? Zeigt mir den Weg auf, weil ich fühle es halt, läuft nicht, geht nicht. Aber es ist ein, es ist ein, Klavier ist Möglichkeitsraum, Ausdrucksraum. Und wodurch wurde dir das ermöglicht? War das deine Mutter? War das deine Umgebung? Gesamt, ich würde mal sagen, Gesamtumgebung. Eltern, eigener Charakter, die Migration, das ist der Neuanfang, die Erlebnisse, Menschen, so. Ich würde mal sagen, vor allen Dingen Menschen, ja. Deine Mutter, Elena, hat dich am Anfang ja unterrichtet. War das immer eine freiwillige Angelegenheit? Nicht nur das, sondern sie hat von Beginn an die Weisheit besessen, was viele Eltern leider nicht haben, die auch zum Beispiel Klavier unterrichten, mich sofort in fremde Hände zu geben. Weil du kannst nicht als Mutter diese, diese, es gibt keine Objektivität, ich bin ihr, ich bin ihr Kind. Das führt sofort zu irrationalen, zu irrationalen Verhalten. Sie war immer da, selbstverständlich hat sie mich unterrichtet, aber es gab immer noch jemanden. Das rechne ich hier sehr hoch an. Und wann hattest du denn das Gefühl, dass du das auch kannst, also dass du das in gewisser Weise, also es geht ja beim Musikmachen, geht es ja erst mal natürlich auch um Fähigkeiten, es geht um Verstehen, was du kannst. Vor allem ja, du wirst ja ein absoluter Amateur, wenn du nur Gefühle hast und sie nicht übersetzen kannst. Und das heißt ja aber gerade am Anfang als Kind, du musstest dann ja natürlich erst mal überhaupt dahin kommen. Ja. Was hat dich dran gehalten? Also was hat jetzt David und viele, viele andere, ich weiß, das ist, ist das vielleicht schon was wie Vorbestimmung oder was ist das? Keine Ahnung, es hat mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht da zu spielen. So ein Klavier ist ja für ein Kind, das bin ich der festen Überzeugung, das beste Instrument überhaupt. Warum? Weil anders als jedes Streichinstrument, wo du ja Jahre brauchst, bis es nach irgendetwas klingt, ja, das Klavier ist für Anfänger sozusagen das leichteste, es ist so leicht wie ein- und ausatmen. Du gehst dann so ein schwarzes Ding und machst so ein Gerät und drückst eine Taste runter und da kommt ein Ton raus und der klingt gut. Das ist ein irres Erfolgserlebnis. Also, wenn du von einem Dreijährigen oder von einem Vierjährigen sitzt, die dann anfangen, da rum zu bolzen, die freuen sich ja unendlich, weil es ihre eigene Tat und es kommt was zurück und es klingt kein anderes, ich würde mal sagen, also ich meine, ich weiß nicht, welches andere Instrument so geil klingt, beim allerersten Berühren. Ich habe bei dir gedacht, ich habe dich und bei mir war dann so, ich habe einfach wahnsinnig gerne Tasten gedrückt und in aller Ernsthaftigkeit, ich würde mal sagen, das ist noch immer mein Grundimpetus, ich drücke einfach wahnsinnig gerne auf diesen Ding rum und will einfach so viel wie möglich ausprobieren und spielen und Sachen spielen, was anstrengt und das ist für mich nicht anstrengend. Es ist nicht anstrengend, Stücke zu lernen, es ist nicht anstrengend zu spielen, sehr viele Konzerte, meinetwegen noch dreimal so viele Konzerte, ich kann jeden Tag ein Konzert spielen, mein Gott, das ist nichts, was mich müde macht. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mich von Ort zu Ort zu beamen, dann nehme ich 365 Konzerte im Jahr an. Das, was dazu gehört, das ist das, was zermürbt, häufig. Aber hey, setz mich 300 Tage auf die Bühne, bitte. Ich habe bei dir schon ein paar Mal gedacht, wenn ich dich so gesehen habe, am Klavier sitzen, wie körperlich dieses, das ist ja wieder eine körperliche Erfahrung, die ich auch durchmache, wenn ich dich sehe. Und ich habe schon ein paar Mal gedacht, warum ist er nicht Schlagzeuger geworden? Ist interessant, weil eigentlich mein Sehnsuchtsinstrument ist die Gitarre. Habe ich gelesen, fand ich, dachte ich, hä? Warum? Weil es eigentlich einfach, ich wäre auch gerne Jimi Hendrix. Ja. Ja. Aber du bist ja in gewisser Weise Jimi Hendrix am Klavier, könnte man sagen. Ich würde so gerne dein Wort in Wessen immer ordnen. Ich wäre so gerne Leonard Cohen. Ich würde auch so gerne Partison singen können und diesen G-Moll-Anfang spielen. Ich würde so gerne Windchrist Mary spielen können. Mein, also so, ich, ich, ich würde so gerne Huchiguchi-Man können. Und dann habe ich eine Gitarre geschenkt bekommen in der Pandemie von einem sehr lieben Freund. Das ist jetzt drei Jahre her. Ich kann nichts. Einfach, einfach nichts. Kein Talent. Aber die Gitarre habe ich und andere spielen. Die übrigens gebe ich nicht mehr her. Und kannst du nichts, weil du jetzt so hohe Ansprüche hast? Ja. Ja. Also du kannst schon. Ja, weil es ist einfach, ja, es ist einfach, es ist so, es ist maximal anstrengend, dass ich mir dann denke, nee, wenn ich jetzt nicht klinge wie Leonard Cohen und Partison kann ich den Scheiß auch gleich lassen. Sollen andere machen, die es besser können. Das heißt, du bist auch deswegen so unglaublich gut geworden in dem, was du da an den schwarz und weißen Dingern machst, weil es dir leicht fällt. Ja. 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 Und ich, no shame about that. Ja, es fällt mir leicht, Klavier zu spielen. mir fallen andere Dinge, die meisten anderen Dinge im Leben überhaupt nicht leicht. Das fällt mir leicht. Ich habe es erst so reingefragt und ich würde es gerne noch mal wirklich, also es ist die schwierigste Frage sowieso und die kann man auch nicht wirklich beantworten, aber warum nicht? Glaubst du an so etwas wie Vorbestimmung? Nein. Nein. Aber ich glaube nicht an, ich glaube an, ich glaube an menschliches Ton. Ja, aber es ist schon verrückt. Also wenn man sich deine Biografie durchliest, das ist ja schon so. Also das ist ja, das ist ja ein Jimi Hendrix. Da ist, da liegt hoch, da liegt ein Klavier und los geht's. Also das, das ist ja, du kannst ja auch gerade, wenn man deine Fotos so sieht und wie das, das ist ja immer so diese Michael Jackson und da hat jemand schon eine Kamera, wie der singt und tanzt und man denkt so, ja klar, also what else? Ja, aber ihr macht euch alle viel mehr Gedanken über meine Biografie als ich. Ich denke über diese Biografie nicht nach. Nee, das ist ja auch klar, aber trotzdem. Wenn wir das mal beiseite legen, das Klavier, für einen kurzen Moment, legen ist auch gut beim Klavier, beiseite legen ist ein Klavier, wie soll das eigentlich gehen? Was ist etwas anderes, was dich angezogen hat? Also ne, die Tasten, Ding Dong, was wäre was anderes? Erstmal, erst mal nichts. Ich war ein Kind, worüber willst du nachdenken? doch später. Später. Was, formulier mal bitte um. In Englisch? No. Naja, also es gibt ja, also immer, also ich fand Musik auch schon immer toll, hab schon immer Musik gehört und irgendwie mich dahin geträumt in irgendeiner Form, aber ich fand auch, Winnetou-Filme toll, das hat mich auch angezogen und ich würde auch sagen, mein Pfarrer hat mich auch total geprägt und da ging es wenig um Musik. so, das meinst du. Achso, also du fragst mich, welche anderen Dinge im Leben mich genau so anziehen? Ja. Menschen? Immer noch Menschen, ja. und dann gibt es so, das sind die beiden gleichwertigen Dinge, Musik machen und Menschen, das ist, ich will auf, das sind die unverzichtbaren Teile meines Lebens. Alles andere ist für mich verzichtbar, was aber nicht heißt, dass es nicht Dinge gibt, die ich sehr gern mag. Ja, klar. Rotwein. Glückwunsch. Ja. Hat ihr, also zumindest das, was deine Mutter dir vielleicht erzählt hat oder dein Vater, war das ein sehr lebendiges Zuhause? Also waren da viele Menschen da? Also war das? Ne, es waren nicht viele Gäste da, aber es war untereinander immer ein sehr, sehr lebendiges und nicht durchgeplantes Leben von einem, sozusagen sehr, sehr eng, nicht frei von Reibung. Wie denn auch? Wieso wie denn? Nicht, naja, wie soll das denn anders gehen? Wie soll denn, also reibungslose Familien sind mir sehr suspekt. Da stimmt irgendwas nicht. Es war nie einfach und es war aber immer bedingungslos vertraut. So würde ich, so würde ich mein, mein Aufwachsen beschreiben. Und magst du verraten, was das nie einfach war? Naja, was macht das mit, so ein Beispiel, es ist, meine Eltern mit Mitte, Ende 30 fassen den Entschluss, ihr Leben aufzugeben und mit den Kindern, mit Sack und Pack in ein neues Leben zu emigrieren. Das macht ja was mit dir. Das macht was mit uns allen. Und derjenige, für den es am einfachsten von allen war, war ich. Ich war acht Jahre alt. Für mich war es Party. Für mich war, weißt du, für mich war, ja, war es einfach Party. Für die war es Angst. Was kommt als nächstes? Das schlägt sich nieder. Und da bringen, das ist, das ist ein Mut, den sie da aufgebracht haben. Ich habe nichts in meinem Leben ansatzweise so Mutiges getan, wie sie bei dieser, bei diesem Schritt zu emigrieren. Bis zum heutigen Tage. Alles, was ich mache, ist, dagegen ist wirklich. Ja. So. Das, das ist zum Beispiel nicht einfach. Dann gibt es nicht immer gute Laune zu Hause. Wenn du in ein fremdes Land kommst, du kannst die Sprache nicht. Und keiner wartet auf dich. Keiner. Und deine, in der ersten Wohnung schimmeln die Wände. Und du weißt kaum, wie du dich eigentlich jetzt verhalten sollst. Niemand wartet. Und die haben sich da rausgekämpft. Und das ziemlich bravourös. Ich war das Kind. Ich habe nichts mitbekommen. Michel Friedmann hat mir das mal hier erzählt, dass er diese Veränderung so heftig fand. Ich glaube, ich meine, es war vorher Paris gewesen, wo sie gelebt haben. Und dann nach Deutschland ziehen. Und wie plötzlich die Schultern hochgezogen wurden. Und wie sich diese, ja die Grundhaltung seiner Eltern verändert hat. Das habe ich überhaupt nicht so erlebt. Nein. Nein. Für mich war, also es war schwierig zu Beginn. aber die Veränderungen, die ich bis jetzt in meinem Leben in so grundsätzlicher Natur erlebt habe, waren immer am Ende sehr, sehr schöne Veränderungen. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich meine Eltern sage, dass ich ihnen bis zum letzten Tag, an dem ich noch atmen kann, dankbar dafür sein werde, dass sie sich, meine Schwester und mich aus diesem Land rausgeholt haben. Russland. Dass ich da nicht aufwachsen musste. Also ich meine, ich ärgere mich häufig über meine Eltern und dann irgendwann kommt immer der Punkt, an dem ich sage, aber die haben mich rausgeholt, das ist okay, alles verziehen. Das meine ich wirklich ernst. Aber meinst du nicht, also es ist auch schwer natürlich, dass gerade dieses Klavierthema, das wäre auch bei dir wahrscheinlich doch in jedem anderen Land und jedem anderen Ort der Welt hätte sein können mit diesen Eltern. Nein? Ich bin schon in einer Umgebung groß geworden, die eigenes Denken gefördert hat. Ja. Und ich mag selbstständiges eigenes Denken sehr gern. Das überrascht mich jetzt nicht, Igor. Du hast auch mal im Interview gesagt, du wolltest Deutsch besser sprechen als alle anderen in deiner Klasse. Und ich verstehe die Liebe zur Sprache. Ich dachte nämlich erst, das wäre die andere Komponente gewesen. Das wäre eine Überleitung gewesen. Jetzt mache ich sie einfach selbst. Warum dieses besser als alle anderen? Warum der Vergleich zu allen anderen? Kann ich dir nicht sagen, aber irgendwo, das ist alles jetzt Kaffeesatzleserei, aber ich vermute, dass ich irgendwo als Kind schon verstanden habe oder gefühlt habe, dass die beste Waffe, die ich habe, ist Sprache in einem fremden Land. Ja. So. Ich muss so, die Sprache so vollkommen beherrschen, dass wenn irgendwer versucht, mich an die Wand zu reden und klein zu machen, you better try. Irgendwo habe ich das wahrscheinlich schon damals gespürt und daran hat sich nichts geändert. So, und ich hatte einfach diesen Ehrgeiz. Bist du jemand, der sehr einen Vergleich hat? Immer weniger. Früher ja. Auch was das Klavierspielen bedeutet? Nein, Klavierspiel zum Beispiel gar nicht, aber fast alles andere. Und geht es dir darum, dann oder ging es darum, besser zu sein in den Dingen? Es gab früher Dinge, wo ich dachte, er hat sich will es auch. Wie komme ich dahin? Also, da reden wir nicht über Materielles, sondern? Da reden wir darüber, ich wog mal 108 Kilo, dann wog ich irgendwann mal 77 Kilo, jetzt wiege ich irgendwie, keine Ahnung, 83 Kilo und ich, dann dachte ich, aber wenn der ein Sixpack hat, will ich auch einen. Das hatte ich aber nicht. Und es gab Zeiten, da habe ich sechs, siebenmal die Woche Sport gemacht und habe mich gefragt, wieso geht das nicht? Es gab vor Jahren, da habe ich mich wirklich, da war ich echt nicht gut zu mir. Also, Sport war so ein Ding, das war mal suchtmäßig, nicht sucht, aber ich habe da so einen Druck draufgelegt. Weil du ein Sixpack haben wolltest? Weil ich, weil ich, weil ich, weil ich irgendwie mehr haben wollte, als das, was ich jetzt habe. So. Und irgendwann dachte ich mir, nie, ganz im Ernst. Und das war halt auch dann irgendwann vorbei. Aber dieses Vergleich, also Vergleich war nie, war nicht immer, ich will besser sein, aber es war häufig, ich will das auch. Und dann hatte ich es häufig und merkte, bedeutet mir nichts, brauche ich nicht. Was für eine Zeitverschwendung. in welchen Momenten hast du das heute? Wann kommt bei dir so eine Art dort würde ich auch gerne oder dahin würde ich auch gerne? Also jetzt ein blödes Beispiel. Ich war bei Bekannten und sie haben einen wunderschönen Esstisch. Ich bin nach Hause gekommen und dachte, ich finde meinen Esstisch bescheuert. Ich will einen neuen Esstisch. Da habe ich mir monatelang, monatelang den Kopf darüber verbrochen, wo ich irgendwie so ein Esstisch kriege. So, mit Leuten telefoniert und irgendwie Bestellung gemacht, wieder abgebrochen und geredet und Leuten auf den Geist gegangen damit. Mit dem Esstisch. Heute Morgen, bevor ich hierher gekommen bin, wurde mein Esstisch abgeholt und der erste Tisch, den ich von eigenem Geld gekauft habe, ganz kleiner Runder Esstisch wurde mir weg und provisorisch kommt jetzt halt der alte aber da passt eh nicht das wie zu klein. Kommt dieser kleine Tisch ich gucke mir diesen Raum an und könnte weinen vor Freude. Und ich habe drei Monate lang den Leuten komplett auf den Geist gegangen aber ich brauche das nicht. Und ich weiß genau was passiert wäre. Ich hätte mir einen Esstisch gekauft und mich überhaupt nicht mehr dran gesetzt weil es mir egal er ist mir egal und und ich glaube dass ich es jetzt endlich spürbar schaffe meinem inneren Ideal wie ich gerne leben will immer näher zu kommen dass sich über so Außenbeispiele jetzt aufzeigen ließe könnte ich könnte jetzt Beispiele sagen ich habe nicht mehr mein Schrank ist nicht mehr voll mit Klamotten ich will mir nicht darüber Gedanken machen was ich anziehe ich habe quasi zwei Hände voll Sachen es reicht ich habe immer gewollt dass das so ist und habe mich irgendwie in was anderes rein reden lassen bis ich irgendwann die Leichtigkeit hatte alles in vier Koffer zu packen und einfach zu verschenken bitteschön so die ganze es sind dinge von denen ich kaufe im grunde genommen kaum mehr irgendwas ich kaufe Bücher ansonsten kaufe ich einfach nichts mehr weil ich habe keinen bedarf mehr ich habe doch alles ich habe doch meine menschen ich habe doch mein musik machen meine erlebnisse ich muss nicht in den laden gehen und mir einen stuhl kaufen ich habe einen stuhl und plötzlich fühle ich wie sich so wie sich mein leben entschlackt und leichter wird und ich habe mehr zeit für für das was ich wirklich liebe und das ist eben musik machen und menschen hast du auch ein ideal bild von dir wie du sein willst du hast gerade gesagt ideal wird wie ich leben will ich habe keine kein also ich habe kein talent für selbst betrachtung meine ich wirklich ernst ich habe ich kann das nicht das müssen mir an das interessiert mich auch nicht aber es gibt ja manchmal auch weil ich gefragt habe in dem vergleich oder wo will man hin und manchmal gibt es das ja auch dass man in anderen Menschen und gerade wenn man so sehr sich gern mit Menschen umgibt dann verliebt man sich ja auch manchmal an einen Menschen und denkt boah also wie er oder sie das macht wie sie mit so eine situation und diese art von charaktereigenschaft stichwort alles davon hätte ich gern auch ein bisschen das habe ich ja aber ich habe kein ideal keine ideal vorstellung von mir aber ich lerne also auch wenn es manche gibt die das Gegenteil über mich behaupten ich höre schon zu wenn man mir was sagt und ich verarbeite das und das arbeitet in mir und ich ziehe daraus Konsequenzen und brauche aber eine Weile bei dir ja aber ich bin nicht beratungsresistent zum Beispiel also wirklich nicht und ich frage eher dreimal als kein mal nicht weil ich eine Erlaubnis brauche aber oder unbedingt Bestätigung sondern weil es mich genuin interessiert was diese andere Person denkt einer meiner engsten Freunde hat das mal beschrieben und gesagt du bist so einer du hast ein Problem das hast du erkannt und jetzt fängst du an wie so ein Geier drum rum zu fliegen und auf diesem drum rum du ziehst Kreise und nimmst alle Leute mit gehst auch allen total auf den kickst damit häufig du nimmst alle mit und fragst alle und dann ziehst du die kreise immer enger immer enger immer enger du fragst immer noch und immer enger und dann greifst du zu und es stimmt so gehe ich an Dinge ran an Esstische an alles an alles an Programme an Musik ich mein es läuft gerade echt okay ich spiele Konzerte alles ist in Ordnung ich würde auch sagen okay trifft es am meisten ich rufe meinen Lehrer an und bespreche mit ihm Dinge das ist auch ein sehr enger Freund mittlerweile aber selbstverständlich rufe ich Matti an und sage findest du ich sollte das spielen oder das findest du das gerade zu schnell oder zu langsam es ist weil es ja ich auch häufig auch unsicher bin und mich interessiert seine Perspektive und wenn ich mit den wie jetzt vor einigen Wochen in Wien mit den Wiener Philharmonikern Brahms spiele dann tue ich rufe ich Monate vorher Matti an der in Helsinki lebt und sage würdest du nach Wien kommen kann ich deine Frau und dich nach Wien einladen weil es würde mir die Welt bedeuten wenn du da dabei bist und häufig muss er aber mir reicht es in den Saal zu blicken und zu sehen der ist da gibt mir Ruhe gibt mir sicher und kriegst du auch wenn er da sitzt sein Ohr also in dem Sinne dass du ich muss sein Ohr nicht kriegen er ist sein Ohr ich weiß mir hat das mal ich fand das ganz interessant ich meine es war Christian Ohren erzählt dass er sich vorstellt das setzt er sich davor und sagt ich bin jetzt Ilse vom vom Sender ich bin jetzt Stuckrad Barre weil der sprachlich ist also er kriegt quasi im Kontakt den das habe ich überhaupt nicht nein und wenn Mati dahin kommt du sagt es gibt dir Ruhe warum gibt dir das dann Ruhe weil ich ihm vertraue weil du vertraust dass er dir danach sagen könnte wenn irgendwas nicht hinhaut selbstverständlich weil ich ihm vertraue und weil er mich so gut wie als Pianist so gut wie kaum jemand anderer kennt vielleicht meine Mutter Betonung vielleicht und ich vertraue ihr übrigens auch aber sie ist fast nie dabei wir sehen es ja nicht häufig leider aber Punkt ich vertraue ihm und meine ich hoffe sehr und ich spüre das auch meine Studenten vertrauen mir ich bin ja auch mit denen dabei ich habe ja ich habe ja eine Klasse und alles was ich will ist sie darin zu bestärken so zu klingen wie sie sind und ich helfe ihnen auf dem Weg und wenn ich merke die stellen sich selbst ein Bein und erreichen nicht was sie erreichen wollen sage ich ihnen sei kein Depp und zeige ihnen Wege auf aber ich sage ihnen nicht klinge so wie ich will und sie vertrauen mir und das ist so das ist das ist mein schönstes ehrlich gesagt mit den studenten ja und es ist mein schönstes bei Konzerten das eine schönste ist für Menschen Musik zu machen das andere schönste ist dann auch noch zu wissen da sind Menschen im Saal die sind ich gehe durchs Feuer für die und die für mich und das gibt mir irrsinnig viel having said that es ist in den häufigsten Fällen nicht der Fall weil ich eben alleine reise und das ist brutal anstrengend und könntest du aber nicht du bist ja jemand du hast einen großen Freundeskreis würde ich behaupten oder Menschenkreis ich weiß nicht ob das immer Freunde sind und die einfach sagen Mensch komm doch mit also es fühlt sich nicht gut an einen Menschen irgendwie ich habe dann das Gefühl ich degradiere jemanden zu meinem Schatten ja also es muss ja für Menschen eine Sinnhaftigkeit geben wenn sie von selbst sagen ich möchte so wahnsinnig gern mal mit das ist dann ist das sinnhaft weil sie wünschen sich das aber zu sagen komm mit weil ich will nicht alleine sein das ist sehr bedürftig naja und das machen viele aber das ist ein Konzept das ist mir fremd weil wir kommen zurück an den Anfang das sind vollwertige menschliche Wesen die haben ihr eigenes Leben Ich brauche keinen kleinen Schatten bin selbstständiger Junge aber es wäre schöner wenn ich nicht wenn es von diesen Alleinsein Momenten weniger gäbe Alleinsein und Alleinfühlen da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied Jetzt ist es mir zu hoch naja also fühlst du dich dann wirklich allein also manche Menschen da würde man von außen sagen ja der ist jetzt allein so einem Konzert wenn ich dann ins Hotel zurückkomme ja da hilft auch kein Telefon weil es fällt mir auch schwer dann kommt so eine Frage wie war es ich keine Ahnung wie es war es ist es ist buchstäblich es war gut ich weiß es nicht ich ich habe keine es interessiert mich auch nicht mehr und dann kann ich das nicht und dann wollen die irgendwas von mir hören ja war es schön ja 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 keine Ahnung und dann bin ich immer alleine und das ist scheiße also das ist wirklich unangenehm und ich versuche also ich sage mal nach dem nach dem 7. Oktober gab es mal eine Zeit wo mir das nicht gelungen ist aber ich versuche und ich bin sehr habe eine sehr bewusste Entscheidung getroffen nicht alleine zu trinken und das ist nicht ungefährlich ja wie gesagt es gab jetzt gerade ein paar Wochen wo mir das nicht gelungen ist aber grundsätzlich bin ich dann halt im Hotel und gehe halt irgendwann schlafen also du hast ja relativ schnell diese Zuschreibung gekriegt Wunderkind Jahrhunderttalent und solche Sachen war das jemals eine Bedrohung für dich habe ich nicht so empfunden im Nachhinein ja weil damit eine Verantwortung ja hochkommt und Erwartungen ja im Nachhinein war das sicherlich nicht ungefährlich aber wie du schon gesagt hast das waren andere die mir diese Prädikate an ihr Stirn geklebt haben nicht dich selbst aber wenn man so jung so bezeichnet wird dann ist es ja auch relativ schwierig meine ich also gerade dieses wer soll das denn beurteilen ob du gut oder nicht wenn du darf ich dich kurz unterbrechen wenn du so jung so bezeichnet wirst und du kriegst es mit findest du es einfach geil du findest es einfach geil du liest also ich glaube keinem ein Wort der mir das Gegenteil sagt du gehst zu einer Tankstelle und du machst eine riesengroße Sonntagszeitung auf und du bist der Aufmacher und du bist gerade 23 du bist du bist du könntest du könntest die ganze Welt umarmen in dem Moment du bist in dem Moment weißt du also wer ist Mick Jagger du findest das in dem Moment einfach toll die anderen um dich herum ein bisschen erfahrener ein bisschen älter sind als du die finden das nicht nur toll und sehen die guten und die nicht so guten Seiten aber du in dem Moment doch nicht also ganz im Ernst später dann Schritt für Schritt habe ich dann die Erfahrung machen müssen das hat nicht nur gute Seiten wenn dir solche Prädikate an ihr Stimme geblieben werden welche Jahrhundertpianist aber welche schlechten Seiten hat das naja wenn mit einer extremen Vehemenz die eine Seite sagt der Typ ist ein Jahrhundertpianist kommt die andere Seite mit derselben Vehemenz und sagt der Typ ist ein Trottel sie drücken es nur ein bisschen gemeiner aus und manche und manche manche überschreiten dann alle roten Linien aber mit schlechter Presse umgehen ist eine ist ein Erfahrungswert und das dauert ein paar Jahre und wenn jemand sagt Depp was was ist aus dem 23-Jährigen dann entwachsen etwas so gucken wir mal oder was was kommt dann also es gibt ja unterschiedlich manche nach innen zu den vertrautesten Menschen kommt Furcht und Verunsicherung du vermeidest das Wort Angst Angst habe ich vor anderen Dingen im Leben Furcht und Verunsicherung Bedrohung war es das jetzt war es das jetzt weil in der überregionalen Zeitung steht der Typ stinkt so jetzt nach außen eben weil ich nach innen diese Räume habe wo ich mal loslassen kann nach außen war damals okay komm her euch zeige ich es ich mache noch mehr und ihr findet ich bin zu jung für die späten Beethoven Sonaten watch out ich spiele jetzt alle das war das war dann mein 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 Drive ja aber den habe ich mir bewahren können weil ich nach innen ich komme immer wieder darauf zurück einfach die tollsten die einfach einfach Menschen habe Korrektive und und Leute denen ich vertraue die mir auch übrigens manchmal sagen ähm du bist nicht gefährdet alles ist okay es ist nur ein Text aber ehrlich gesagt der hat recht das Konzert war scheiße aber ich denke mir stimmt eigentlich war blöd trotzdem ärgerlich und dann also gibt ja verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen aber ist dann ich da muss ich jetzt nochmal üben ja muss ich nochmal üben ja klar oder ich überdenke mal was oder ja selbstverständlich ich nehme ich nehme diese Texte und diese Kritiken ernst bis zum heutigen Tag die die ich ich nehme es ernst ich noch einmal da hat sich ja einer Gedanken gemacht und ich nehme es ernst wenn einer schreibt war war irgendwie doof wenn er das dann begründet denke ich darüber nach aber es ist mir nicht egal es ist mir was Menschen tun ist mir nicht egal und sei es der wirklich die kleinste die kleinste Ortsdorfzeitung ist mir nicht egal ich kriege es mit und ich mache mir mehr Gedanken darum als einige als einige glauben ich frage mich dann so hat der einen Punkt und so bleibt ja auch so ein nachdenken über Musik dann lebendig ja es gibt ich zugegeben es gibt dann Momente wo ich dann am nächsten Tag dasselbe Stück in einem Konzert spiele und es anders spiele weil ich ausprobieren will ob das so wie der das da gestern geschrieben hat tatsächlich irgendwie netter wäre auch das probiere ich mal auf der Bühne aus und spiele mit dann spiele damit und gucke irgendwie wie hat sich denn das angefühlt und wie ist das mit so etwas wie Demut sehr viel Demut also gar nicht nur für spielerische sondern auch gerade wenn man das Jahrhunderttalent ist und aus der Tankstelle rauskommt ich habe einen enormen Respekt vor vor den Stücken die ich spiele also ich arbeite sehr viel ich bin mit sehr viel Demut unterwegs aber ich bin nicht ihr Diener Demut ja Dienen nein ist glaube ich ein generelles Ding bei dir ja ich diene niemandem ich diene vielleicht ich diene niemandem ich diene vielleicht etwas aber nicht niemandem ok was ist das etwas das interessiert mich natürlich sofort eine Idee ein Ideal eine ich ich diene vielleicht einer ich fühle nein ich diene ehrlich gesagt auch gar nichts ich habe ich gehe Verpflichtungen ein ich fühle mich verpflichtet gegenüber einem Ideal und manchmal verletze ich diese Verpflichtung das tun mir alle aber dieses Ideal nochmal das ist ja keine kein Ideal von dir selbst also wie du sein willst sondern ein Verhaltensideal Verhaltensideal ja mach was du willst sei nur kein Arsch und manchmal gelingt es mir nicht manchmal gelingt es mir nicht und ich merke es nicht und dann kommt es auf die Mitmenschen an die dir dann sagen Spiegel vorhalten und sagen Stopp und ich höre mir das dann an manchmal ärgere ich mich drüber und denke mir du hast nicht recht lass mich in Ruhe das ist unfair dann irgendwie weißt du so stampfe ich auf den Boden und will meinen Lolli kann ich mir richtig vorstellen gerade plötzlich und am nächsten Tag nehme ich das Telefon in die Hand und sage tut mir leid du hast recht oder manchmal auch zwei Stunden später manchmal auch 20 Minuten später aber vorher wird gewütet und sich gewehrt und dann sagt ja da seid doch in Ruhe ich meine es war Kinski der zu Werner Herzog dann irgendwann mal gesagt hat Sie Zwergenregisseur und ich sehe gerade ich sehe gerade ne so bin ich nicht ne nur einfach nicht nicht so crazy aber ich könnte das Wort Zwergenregisseur ich sehe es aus deinem Mund quasi rauskommen ja 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 vielleicht das kommt also mit anderen Worten gibt es solche Momente schon aber nochmal am Ende kommt dann immer 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 der Moment wo ich mich dann denke wo ich mir denke hey Igor du willst nicht allein auf der Welt kurz mal Schnauze hinsetzen nachdenken das mache ich dann auch immer hattest du denn ein also ich weiß Vorstellungskraft ist bei dir nicht so ausgeprägt behauptest du zumindest gab es für dich aber einen dann vielleicht mit 23 so einen da will ich mit meinem Spiel hinkommen da will ich ich will mal in der Carnegie Hall ja klar das gab es ja aber weißt du dann habe ich da gespielt und dann habe ich es ja gemacht und dann habe ich mir nicht eine Brosche angehängt angeheftet und gesagt geiler Typ hast gerade in der Carnegie Hall gespielt sondern dann kommt sehr häufig oder fast immer kommt der Moment an dem ich von der Bühne runtergehe und einen einzigen Gedanken habe what's next so ich wollte eigentlich eine Zeit lang mein Buch so nennen what's next und die wollten keinen englischen Titel und auf Deutsch war es als nächstes bescheuert aber what's next weil ich habe es ja gemacht soll ich mich jetzt dafür feiern nee der Drache wird nicht satt nein was haben denn deine Mitschüler Mitschülerin Mädchen darüber gedacht dass da jemand sich so sehr der klassischen Musik weiß ich das weiß ich nicht mehr ich hatte zuerst keine so einfache Zeit dann bin ich in eine andere Klasse gekommen hatte eine ganz tolle Zeit ich glaube die fanden es alle echt schwer okay aber warst du ein Nerd für die? sicherlich aber ich erinnere mich da nicht dran weil du du sorry ich habe da rennst du gerade wirklich da kannst du mit dem Kopf gegen die Wand schlagen ich erinnere mich nicht daran kann sein ja ja frag sie mach ich aber ich frage das einfach hast du das mal versucht? also es ist ja immer so eine Frage wenn jemand trau dich ja hast du es mal versucht? was? naja also wenn jemand immer und immer wieder betont das hast du auch schon einig ach ob ich versucht habe mich zu erinnern? ja mal zu sagen ich will da mal hingucken weil das ist so es wirkt so abgeschlossen und irgendwie so es ist nicht einfach für mich zurück zu gucken weil ich dann die Gefahr sehe ins bereuen zu kommen und ich versuche mich noch ein bisschen davor zu schützen du kommst ins bereuen? ja ich habe mal von einem Tag auf den anderen meinen besten Freund verloren wenn ich jetzt anfange darüber nachzudenken dann kommen aber ganz andere Gedanken ich habe das verpasst dieses Gespräch nicht geführt das nicht gab jenes nicht gab da bin ich nicht vorgefallen und wahrscheinlich wäre es lebensklüger mal dahin zu gucken und da hast du Angst? ja und aber es ist mittlerweile bin ich an dem Punkt wo ich mich zumindest frage wieso hast du eigentlich keine Beziehung zur Vergangenheit? ich habe keine vorbei wahnsinnig interessant sie interessiert mich einfach nicht und wahrscheinlich ist das eine Lüge gut dass du es gesagt hast ja aber nimm es halt hin oder nicht ja ja ich nehme es sowieso hin wir haben ja Zeit du kannst mich ja trizen ich nehme es auf jeden Fall hin ich habe mich du kannst mich ja analysieren und dann rufe ich meine Krankenkasse an und frage ob ich die Rechnung einreichen kann das geht gar nicht ich habe ich habe auch einen Freund verloren so mit Anfang 20 und ich habe diesen Januar ganz viel darüber nachgedacht weil ich zum Beispiel darüber nachgedacht habe dass sich bei mir ganz viel verändert hat immer wieder und ich habe es auch in deiner Vorbereitung und unsere Frau nicht du haben wir uns nicht genau hinzu vorbereitet aber gelesen von dir von der Häutung auch von der Veränderung und ich habe mich zum Beispiel gefragt ob dieser Freund noch immer so eng wäre jetzt mit all den Veränderungen die ich durchlaufen bin und die ja man es kommt eine Familie dazu es kommen Ortswechsel dazu und so weiter und so fort und dann und ich erkenne ja auch rückblickend ganz viele Freundschaften die gibt es so nicht mehr die haben sich verlaufen der wäre geblieben der wäre geblieben ja der hat mich geliebt und ich ihn der wäre geblieben ich habe mit ihm die Wohnung in der Straße hier quasi mit ausgesucht ah ok ich trage den Bart seit dem Tod warum weiß ich nicht ich also ich habe ihn seit das ist jetzt fast acht Jahre her ich habe ihn dann natürlich ein paar mal abgenommen und und immer wieder gemerkt scheiß Idee weiß ich nicht es ist irgendwie dann war der alte weg und ich habe mir diesen Bart wachsen lassen und ihn seitdem behalten und wenn du jetzt dich in den Spiegel anguckst siehst du dann immer noch ihn dadurch also ist das diese Verbindung aber ich sehe mich ohne Bart nicht mehr ich bin bescheuert das ist jetzt ein Detail aber ja das ist das ist ja ein Ausdruck von von einer Trauer es gibt ja viele Menschen die tragen schwarz du trägst und du trägst einen Bart und sehr viel schwarz und sehr viel schwarz ja darf ich fragen warum er so wichtig für dich also warum er so wichtig ist für dich ich glaube ich er war der erste Mensch bei dem ich auf so eine tiefe Art und Weise erlebt habe was Freundschaft sein kann ja so das war mein erstes Mal dein erster bester Freund ja er war älter als ich er war Künstler war Künstler und war eine Mischung von enger Freund und irgendwie Familie und in bestimmten Orten in den wir dann irgendwo hingefahren sind war er mal irgendwie eine Vaterfigur das war vieles aber in der Tiefe war das mein erst war er mein erstes Mal was hast du dir von ihm bewahrt außer die Gedanken an ihm oder die Erinnerung also was sind also bei meinem Freund ich muss immer wieder an sein unglaubliches Grinsen denken sein fieses heimtückisches Grinsen was das fand ich immer irre ich habe Erinnerungen bewahrt und merkst du ne jetzt ist die Lüge aufgeflogen ich habe natürlich Erinnerungen aber ich erinnere mich an ihn aber ich erinnere mich nicht an mich mit ihm ich höre seine Stimme aber ich höre nicht meine Stimme mit ihm ich erinnere mich was er mir gab also ich erinnere mich daran was er mir gab ich erinnere mich nicht mehr daran was ich ihm gab und das tut mir sehr sehr weh und dann brauche ich einen Menschen der dann nach diesem Tod mir ein sehr enger Freund wurde der sein ältester Freund war der mir dann sagt Igor hat dich geliebt so das das habe ich dann ja ich glaube auch dass also ich kenne dich ja nicht gut aber die Wahrscheinlichkeit dass du ihm nicht wahnsinnig viel gegeben hast ist sehr gering ist sehr gering ja aber ich habe keine greifbare Erinnerung daran Gibt es ein Stück was dich an ihn erinnert ja er hat ich habe in der Zeit mal sehr sehr intensiv angefangen ein sehr großes Klavierwerk zu spielen ein Variationswerk auf ein chilenisches Revolutionslied El Pueblo Nido und das Stück von Fredrik Schewski habe ich häufig gespielt habe ich auch aufgenommen und Annes hat dieses Werk geliebt über alles diese Variation ja die sind auch wirklich abgefahren die sind total abgefahren und beim ersten Mal wo ich sie öffentlich gespielt habe das war hier in Berlin im Radialsystem ich war noch da ich habe noch in Hannover gelebt aber habe sie hier 2012 zum ersten Mal gespielt an meinem Geburtstag war Hannes mit im Konzert wir sind am Vorabend nach Berlin gefahren wir haben in meinen Geburtstag reingefeiert wir haben zweistellig viele Wermuts gesoffen es war ganz schlimm Wahnsinn es war ganz schlimm und dann hat der Penner mich am nächsten Morgen in dem Zustand den ich jetzt nicht auch im Detail wiedergeben werde wie es mir da körperlich ging ab Konzerttag hat der mich in Charlottenburg in so einen Hutladen geschleppt und hat mir dann einfach spaßeshalber so einen Hut entgegen gehalten aber nicht aber kopfüber und ich habe gesagt ganz im Ernst du ich kann nicht ich reihe ja gleich in diesen Hut rein das ist jetzt ein Arsch lass mich in Ruhe und dann hat er sich einfach köstlich über mich amüsiert dann sind wir ins Radialsystem gefahren ich war grün im Gesicht habe ich irgendwie versucht zu proben und ich meine es ist ein 60 Minuten Werk dass du dann irgendwie mit dem Kater deines Lebens versuchen musst über die Bühne zu bringen und dann war Konzert aber ich weiß das und es lief sehr sehr gut aber ich weiß das bei der Probe Hannes und noch ein Freund von ihm Johannes die saßen quasi zu zweit in diesem Radialsystem und da habe ich im Grunde für die beiden People gespielt und da weiß ich dass ihn das wirklich zu Tränen gerührt hat dieses Stück hat ihm unendlich viel Bedeutung und Frederik Schewski der Komponist der mir wiederum auch sehr wichtig war kam dann ein Jahr später nach Hannover und ich habe dann in Hannover People nochmal gespielt dann war Frederik dabei und dann haben wir ein Abendessen haben wir uns zum Essen getroffen Hannes, Frederik und ein paar andere und ich und ich habe den alten Schewski gefragt was willst du essen und dann sagt er mir war Amerikaner sprach sehr gut Deutsch ich möchte gerne ein schlechtes deutsches Restaurant und ich sage okay du kriegst dann rufe ich den Hannes an Hannes finde mal irgendwo ein schlechtes deutsches Restaurant dann findet er ein sehr schlechtes deutsches Restaurant das geht ja auch schnell ich will Bier dann haben wir irgendwie Bier getrunken und gegessen dann kam die Kellnerin und sagt Frederik hat es ihnen geschmeckt? nein ich sage ja wie dann sagt Hannes wieso hat dir das Essen nicht geschmeckt? es war sehr sehr schlecht ich sage ja du hast dir ein schlechtes Restaurant gewünscht aber diese Begegnung der beiden diesem großen großen Frederik Schewski zu begegnen auch das hat Mahler enorm viel bedeutet so und ich habe das Stück länger nicht mehr gespielt vielleicht willst du es nachher mal spielen aber das Stück verbinde ich aufs engste mit ihm das kann ich total nachvollziehen natürlich dieser Rhythmus ist auch wirklich unglaublich das ist ich bin der klassischen Musik überhaupt noch nicht auf die auf die auf den Leim gegangen aber das ist etwas wo man so merkt boah das ist eine Energie die ist irgendwie das und auch vor allen Dingen diese Variation wo man denkt Heiliger was ist denn also dagegen ist ja jeder Remix ein Scherz eigentlich ja das ist das ist durchgespielt würde ich behaupten er war Künstler begreifst du dich selbst auch als Künstler klar also ich bin ja war das für dich jemals eine Frage also ja klar sagen die wenigsten das war nie eine Frage was die Frage naja ob ich mich als Musiker begreife Musiker ja klar aber als Künstler selbstverständlich erklär mal warum das kennst du das ist die einzige Erklärung die ich habe ist der alte Witz über Grün der Blau fragt warum antworten wir Juden auf Fragen wenn wir Gegenfragen und Blau antwortet warum nicht warum was soll ich denn was soll ich denn anderes sein ich kann dir nur eine Gegenfrage stellen was denn sonst nein es ist eigentlich ganz vielen Menschen die wenn es um Kunst geht fällt es denen total schwer da so selbstbewusst zu sagen ja ich bin Künstler ich weiß es nicht ja ich weiß es auch nicht ich weiß es auch nicht nächstes Thema ja gut ähm was für ein Quatsch was soll ich denn sein ein Stuhl also ich bin Künstler ich bin Musiker ja ja ich kann nichts anderes so gut wie das also das ist das was ich bin ja ich bin Quatschkopf bisschen 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 ein kleines bisschen also dann kommen wir kurz zur klassischen Musik erklär mir es stell mir eine Frage klassische Musik ist für mich also ich glaube ich habe zu all jeglicher Musik einen Zugang gefunden irgendwann mal Heavy Metal irgendwann mal Rap irgendwann dies irgendwann das und es gibt immer so sagen jetzt höre ich Metal es gibt ich habe diesen Zugang zur klassischen Musik noch nicht gefunden was ist das was dich daran so reingezogen hat sag mal Matze was glaubst du warum du keinen Zugang gefunden hast ähm erklär es mir ich glaube es hat einen großen Teil etwas mit der Abwesenheit von Text zu tun ähm ich glaube das ist eine Hauptsache kann ich total verstehen ja das ist eine Chance und ein echtes Problem für viele für mich übrigens häufig auch so ein Text ist auch eine eine Anleitung und wie so so jemand der dich an der Hand nimmt und von A nach B führt ähm gibt es natürlich in der klassischen Musik auch du kannst ja Lieder hören Oper hören Oratorien hören du kannst ja all das hören nonverbale absolute Musik ja da musst du dich dann innerlich öffnen und mit dir selber reden ich rede lieber mit anderen ähm vielleicht hast du deswegen keinen Zugang vielleicht habe ich deswegen ja wenn du ein Stück auswählst ähm wonach gehst du da also nach Intuition nach ich will es spielen fühlt sich gut an hörst du das zuerst irgendwo ja du hast es irgendwo gehört ja oder jemand hat darüber gesprochen ich fang es irgendwo auf dann schreibst du es dir auf und dann schreibe ich es mir auf und dann schaue ich es mir am Klavier an und wenn sich das gut anfühlt dann lerne ich es und wenn du dieses Stück also spielst du das ist ein bisschen nerdy jetzt aber du hörst dieses Stück und versuchst du das direkt zu imitieren ja du holst dir nicht erst die Noten aber das kommt mit Erfahrung kannst du das Wort versuchst streichen ich sehe wenn ich einen Notentext sehe weiß ich wie es sich anfühlen wird wenn ich es spiele ich sehe den Text ich sehe mich ich höre den Text ich ich sehe den Text ich höre den Text ich sehe mich diesen Text spielen ich weiß was die Hand machen muss damit ich das mache das das tue was ich da auf dem Blattpapier sehe ich höre diese Musik sofort wenn ich sie lese ist das für dich weil du sagst ja auch Lesen dazu ist das für dich wie Worte ja und damit ist das Gespräch wenn du möchtest wir können Schluss machen wenn du magst nein ich will dich nicht quälen aber okay also du liest wonach suchst du dann also ich kann ja sagen beim Text dann denke ich an mal mag ich eher Belletristik mal mag ich eher Sachbücher ich will weiter kommen in irgendeiner Form ich will eine andere Welt was sind die Sachen wonach du dann gehst wann nimmst du einen Text und sagst einen Notentext und sagst das ist jetzt mein Text ich sehe vor dem inneren Auge wie ich wie ich da sitze und spiele alles andere kann ich nicht erarbeiten ich glaube andere haben andere Konzepte ich glaube nicht an die an das Konzept der Erarbeitung einer Interpretation eines Werkes ich weiß einfach bis zum heutigen Tage nicht was das sein soll ich lerne einen Text ich komme an den Punkt wo ich dieses Stück spielen kann manuell mit meinem Klang den ich eben habe ich habe ja ein gewisses Rüstzeug mir angearbeitet es klingt dann schon okay woran ich glaube ist sobald du es spielen sobald ich es spielen kann muss ich damit auf die Bühne da beginnt die Entwicklung und das Wachsen mit der Musik dieses Spielen kann ich das mir vorstellen wie ein Lars Eidinger einen Text kann und sagt okay ich habe jetzt den Text gelernt und dann jetzt muss ich raus ja okay und dann nach dem nach dem 40. 50. 60. Mal kommt Gelassenheit immer mehr und Ruhe und auch probierst noch mehr aus aber da entwickelt es sich das Konzept zu Hause am Reißbrett eine Interpretation zu einzuarbeiten und sich anzueignen die du dann Ort Laune Tageszeit Form Menschen unabhängig immer durchziehst es gibt Kollegen die so sind bitte wärt froh aber für mich ist das nett ausgedrückt wirklich fremd und wo gehst du denn hin innerlich wenn du spielst was meinst du naja wo was ist das für ein Ort also ist das du meinst wenn ich auf der Bühne sitze wenn du auf der Bühne bist und du spielst dann ich bin nicht in Trance ich bin da in dem Ort ich kriege ich kriege auch vieles mit mich inspiriert weiß ich nicht aber jedes Detail um mich herum macht das Konzert in dem Moment zu dem was es ist das Publikum der Raum der knatschende Stuhl irgendein Handy das klingelt meine Laune ich höre Geräusche also ich mag es Räume zu hören ja was bedeutet nichts anderes als ich mag es Menschen zu hören weil wir machen Räume daran glaube ich wir machen Räume mir ist es auch also es gibt Konzertseele die ich sehr liebe ohne jeden Zweifel aber es ist mir ehrlich gesagt total egal wo ich spiele Hauptsache da sind Leute da ist ein Klavier ich mach Musik und es kann ein altes ein alter Kübel von Upright Klavier sein es könnte dieser Raum sein es kann die Berliner Philharmonie sein es kann ein gestreamtes Hauskonzert für Twitter sein was ich brauche ist das Gefühl du spielst und Menschen hören zu das war Akustik Räume Größe Menge vollkommen egal die Hingabe mit der ich für einen Menschen spiele oder für 3000 ist dieselbe meine Laune ist nicht immer dieselbe ich kann nicht immer 150% geben aber die Hingabe ist immer dieselbe manchmal geht es nur schief diese Stücke haben ja unterschiedliche haben ja eine unterschiedliche Sprache und damit auch unterschiedliches unterschiedliches Gefühl ja gehst du in dieses Gefühl dann rein also bist du euphorisch in dem Moment bist du traurig also du gehst voll mit voll mit ja ich weiß nicht woher das kommt aber ich habe als ich die No4 Dokumentation gesehen habe habe ich dich gesehen natürlich auch beim Spielen und es hatte für mich etwas Sexuelles hat es das für dich auch ja und ist es tragisch dass es so schwer ist das im echten Leben zu haben in der Intensität wäre ich jetzt ein Therapeut ich hätte sehr viele Fragen naja also du spielst manchmal 180 Konzerte im Jahr das ist schon eine hohe Zahl 100 so dann geht das auch manchmal über Stunden das ist auch eine Zahl und es hat eine große Intensität ich sag mal so da kannst du also das ist in meinem sexuellen Leben nicht so und ich kenne wenige wo das so ist ich habe dem nichts hinzuzufügen also ist es meine Frage ist dass es ja natürlich traurig auch ein Stück weit ist überhaupt nicht traurig aber oder tragisch oder wie auch immer es ist ich würde sagen ich habe zwei Lieben meines Lebens die Menschen um mich herum und Musik und da kommt nicht viel ran sonst ja also die Intensität und die Ruhe die ich da erfahre und spüre wenn ich Musik mache verstehe ich mich ist schwierig das im zwischenmenschlichen zu haben ja das meine ich also das ist ja ein und was ist für ein auch ist auch schwierig für dein Gegenüber ja klar absolut ja das kann ich mir aber ich kann es nicht ändern ich kann das nicht ändern es ist es ist so und dann ist es so das ist mein das ist meine Sinnhaftigkeit das ist mein ich meine ich mache andere Dinge auch und ich bin hier und da engagiert oder melde mich zu Wort und tue das mache ich ja alles und ich mache das aus tiefster Überzeugung aber ich wache als Musiker auf und ich gehe als Musiker ins Bett gleichzeitig ich wache als Freund meiner Freunde auf und gehe als Freund meiner Freundin ins Bett da kommt nichts anderes in meinem Leben als so ein Gewicht aber so gesehen ist auch das Klavier ja auch immer da für dich also du stehst früher auf und da ist es und here we go und das ist ja nicht immer so mit Menschen die können nicht immer da sein sollen sie auch nicht ja because of Schatten sie haben ja korrekt aber ich bin nicht immer da so und das ist nicht einfach für ein Gegenüber und ich kann diesem Gegenüber es auch nicht verübeln ja ja den eigenen Ton darüber haben wir erst gesprochen du das möchtest du deinen Studierenden beibringen das ist auch etwas was du hast ich muss ihnen das nicht beibringen die haben es die haben es okay aber sie sollen sich sie sollen ihn finden sie sollen es lernen sich zu behaupten sie haben im Studium einen nie wieder gährenden Luxus innerhalb dieser vier Mauern dieser vier Wände in der Musikhochschule sind sie frei sie haben die Freiheit und die Zeit sich zu finden ohne zur Verantwortung gezogen zu werden daran glaube ich sie sind frei in meinem in einem Raum dieses Studium ist irgendwann vorbei und da draußen wartet niemand auf euch und ich werde jetzt hier nicht den Rocky-Monolog halten aber ihr kriegt auf die Schnauze und was ich ihnen beibringen will ist nicht Klavier spielen weil das können sie und sie können teils Dinge viel viel besser als ich und sie sind erwachsene kluge brillante junge Leute aber was ich ihnen helfe womit ich ihnen helfen kann ist ich fülle ihren ich fülle ihr Vokabular auf ich gebe ihnen Werkzeuge dass wenn die da raus gehen und der Erste kommt und sagt du hast auf dich wartet niemand und du hast keinen Platz und es wird passieren dass sie sagen doch habe ich und zwar weil und genau deswegen sage ich kommt diese Ansage mach was du willst sag mir warum du da hingekommen bist du hast gerade dreimal geklopft und die meisten können das gar nicht weil dann kommt ich fühle es halt so aber ich sage ich fühle so die fressen dich mit Haut und Haar da draußen für ich fühle es halt so ne du fühlst es nicht so du weißt was du tust du weißt was du tust und daran an bewusstem entscheiden an bewusstem arbeiten an auffüllen von Werkzeugkasten und Vokabular an Selbstbewusstsein das ist alles woran ich mit denen arbeite und das sind auch diese drei Klopfer die du gemacht hast könnten auch fünf Klopfer haben sein können aber nutzt diesen Luxus aus wenn wir von deinem Ton sprechen gehört der nur dir keine Ahnung ich habe ihn halt hast du dir den erarbeitet ich habe mir nein aber ich habe mir das Selbstbewusstsein erarbeitet ihn einfach zuzulassen und als das anzuerkennen was er ist nämlich das einzige was ich habe ich mache mir viel weniger Gedanken über meinen Ton als du denkst aber das ist halt Selbstbewusstsein weil ich habe ihn ja also es ist nun mal mein Ton du hast aber erst gesagt jeder und jeder hat den eigenen Ton ja klar aber du den aber zu finden ist ja eine Frage nicht zu finden nein okay nicht finden du musst nichts finden was du hast glaube ich nicht die Ruhe zu finden zu sagen ich brauche keinen anderen außer den den ich eh schon habe das ist das du hast den doch freu dich doch den hat kein anderer kein anderer nimm es hin liebe deinen Ton entfalte ihn aber ich werde dir keinen neuen Ton beibringen also ich meine wer bin ich denn und natürlich kann ich einem Pianisten sagen es wird vielleicht anders klingen wenn du die Hand so auf die Tasten legst und nicht so wir können an Nuancen arbeiten ich kann sagen du klingst gerade wie eine Schere im Ohr hör auf damit und dann kann ich zeigen Wege zeigen wie man einfach schöner klingen kann und trotzdem wird mein Lukas klingen wie Lukas klingt sein ganzes Leben ich will ihm nur sagen nimm es hin umarm es und lass es wachsen ja ich glaube du hast recht mit finden das ist ein falsches Wort gewesen aber manchmal ist es eben durch ich müsste doch ich könnte doch ich sollte doch haben wir alle hatte ich auch ja und ist dieses Selbstbewusstsein bei dir auch dadurch gekommen weil du ein bezeichnendes Jahrhunderttalent bist wo du sagst naja nee das Selbstbewusstsein ist gekommen weil also erstens ist das Selbstbewusstsein auch nicht immer da aber ich glaube äußere Umstände und das Leben der Alltag als solches hat mein Selbstbewusstsein gestärkt wenn du ein Stück spielst geht es dir dann darum dieses Stück lebendig werden zu lassen nee weil ich ich will wirklich nicht der Partypooper sein aber es wird ja lebendig sowieso ob es mir darum geht oder nicht es wird lebendig mir geht es ich hab ich hab zwei Ziele nein Ziele nicht ich hab ähm das hätte ich ja beinahe für selbst widersprochen ich hab einen Ansporn also eine Energie auf der Bühne die erste ist ähm ich will es für mich gut machen das ist subjektiv das kann ich niemandem anderen erklären kurz da geh ich rein obwohl du nicht weißt ob das gut war oder nicht in dem Moment ich will mich dabei gut fühlen okay ja aber alles was ich will ist ich will einfach ich will einfach Musik unter die Leute bringen ich will ich gehe da raus und denke mir hey das ist so ein so ein geiles Stück ich will dass ihr das hört so kommuniziere ich auch so ich ich will einfach hört euch das an hört euch das an was ich nicht habe nicht haben will und auch wirklich wahnsinnig bescheuert finde wenn 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 Künstler glauben das haben zu müssen ich habe natürlich keinerlei Kontrolle darüber was du im Publikum dabei fühlst und denkst und ehrlich gesagt wenn du es mir erzählen willst interessiert es mich aber wenn du es mir nicht erzählst interessiert es mich nicht du wirst was du wirst was empfinden du wirst etwas spüren aber es ist deins es ist doch nicht meins manchen wird es gefallen manche wird es berühren manche wird es zornig machen manche werden sich langweilen das kann alles passieren ich habe da keine keine Kontrolle will ich auch gar nicht was ich will und was mich einfach glücklich macht ist da ist jemand und hört zu und dann kommt eben der Dreijährige der einfach nur Tasten drücken will und das und ich wirklich ganz im Ernst ich sage das in aller in aller Überzeugung ich bin auch in schwierigsten Lebenssituationen auf der Bühne und mit den wenigen sehr sehr engen Freunden wahrscheinlich nur und nur dann ein wirklich glücklicher Mensch da bin ich da bin ich glücklich und wenn ich etwas komplett in den Sand setze es nimmt nichts von meinem Glück weg merken das denn die Menschen ich hoffe du willst dass die Menschen zuhören und da kommt natürlich sehr sehr schwierig ein Mensch ran wie meinst du das naja du hast ja vorhin gefragt du hast ja so eine Andeutung gemacht ja dieses glücklich machen naja man muss ja auch noch Ziele im Leben haben vielleicht oder halten nicht du hast gerade gesagt das zuhören geht es dir darum dass man dir zuhört oder dem Stück zuhört oder was beides beides also du willst ich höre dass ich von dir höre wie du wie du spielst um das jetzt den Klassiker zu nehmen ja und wenn ich ein Album aufnehme ich will nicht mich interessieren es macht für mich einen wirklich großen Unterschied in meinem es macht mich glücklich mit meinem mit den Kolleginnen und Kollegen vom Label zu sprechen sagen wir mal Montag dieser Woche und die sagen mir fünf Personen haben das Album gekauft und nächste Woche sind es zehn und ich denke mir nicht irgendwie der Hammer ich kriege dann so und so viel überwiesen sondern ich denke mir zehn Personen haben das jetzt gehört das ist nicht ich sage das nicht einfach so hin sondern selbstverständlich möchte ich dass so viele Menschen wie möglich das hören weil ich finde es ist wahnsinnig tolle Musik hört euch das an hört euch das an ich gehe auch in Konzerte und höre höre Sachen und freue mich drüber du hast bei dir auf deiner in deiner Twitter Bio wie man das so auch nennt steht das Wort free ja ist das dein Zustand ist das ein ein Ideal was ist das das ist mein es ist eines der schönsten Gefühle und manchmal fühle ich mich so und manchmal nicht aber ja es ist beides Zustand und Ideal und wie ist jetzt dein Zustand was das betrifft was das was das Freisein betrifft dein Freiheits ja Freisein Gefühl das ist sehr sehr schön aber mein grundsätzlicher Zustand ist nicht gut du wirst ahnen dass mich das interessiert wie hängt also wie kannst du auf der einen Seite frei dich frei fühlen und auf der anderen Seite nicht gut was hat das eine mit dem anderen zu tun zumindest in meiner also ich denke wenn ich frei bin wenn ich das Gefühl habe ich bin frei dann wenn ich so richtig in mich reinhöre dann denke ich ja das ist das Gefühl dann geht es mir wirklich gut ja und ich denke bin frei also rein und ich bin frei und gesund und bin beschenkt mit Musik und einer Anzahl von einer gewissen Anzahl von wundervollen Menschen und 1200 Juden wurden ermordet und einem jüdischen Studenten wird in Berlin der Schädel eingeschlagen so ungefähr krankenhausreif zusammengeschlagen das ist das das eine bedingt das andere aber es zerstört doch nicht meinen die die schönen die schönen Teile meines Lebens aber es ist das ist schon traumatisch was da passiert ist vor wenigen Monaten wenigen Monaten ja und dennoch nimmt es also das kann ich total nachvollziehen dennoch bleibt dann das Gefühl frei zu sein es bleibt einfach eine Gleichzeitigkeit dann ja ich fühle es gibt es ist gleichzeitig Bedrohung und Verunsicherung Wut Verzweiflung Überforderung in gewisser Weise traumatisiert sein all das bleibt und trotzdem ist ja das das Wunderschöne nicht weg es wird nur wichtiger und ich würde schon sagen ich fühle mich frei trotzdem ja und ich fühle mich auch befreit von gewissen auch selbst angelegten Zwängen von früher auch das kommt dazu ich habe das irgendwo mal gesagt ich spreche nicht mehr im Namen einer Bewegung ich spreche nur noch mit Menschen und für dich und für mich die Zeiten sind vorbei seit wann seit da wir haben heute den also wir nehmen es auf am 22.2 und wie sehr hat dich also wenn wir angucken die letzten Monate also inwiefern unterscheiden sich diese Menschen also der Mensch igor 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 damals zu jetzt also 6.10. zu 22.2 ich würde sagen meine werte und grundüberzeugung haben sich nicht verändert ich sitze auf dem selben stuhl wie früher auch aber ich blicke auf die welt anders und ich habe ein gewisses misstrauen entwickelt gegenüber ich sage mal dem konzept von bewegung und organisation und groß vorgetragenen universalistischen idealen weil galt halt für viele doch nicht und ist es das ist eine harte frage vielleicht ist das aber nicht auch etwas befreiendes total weil die enttäuschung da steckt auch das wo täuschung drin ist es dann halt so es ist es ist auch befreiend es ist auch deswegen sage ich ich lege auch gewisse selbst selbst aufgelegte innere zwänge und gewisse verpflichtungen ab ja ich glaube nicht ich habe jeden glauben daran verloren ich glaube an menschen die gute menschen sind was ist ein guter mensch im jedischen ist ein guter mensch ein mensch von ehre ein guter mensch das entscheidest du ich habe meine roten linien und für mich ist ein guter mensch ein mensch der andere menschen nicht als menschen zweiter klasse ähm wie heißt das wort tituliert oder nicht nur tituliert sondern betrachtet und behandelt und selbstverständlich nicht ein mensch der nach dem tod anderer menschen irgendwie ruft sind menschen dadurch aus deinem leben gegangen ja freunde nicht die ängsten aber so die zwei drittängsten gab es welche ja einige woran liegt das also ich habe ich kann das immer nicht so richtig begreifen warum das so also gerade wenn man sich gut kennt wenn man auch wenn man selbst wenn man nur in anführungsstrichen freund zweiten grade ist kannte man sich dann nicht gut genug ich glaube es es gibt es gibt verschiedene es kann verschiedene gründe geben also ein grund kann sein dass wenn jemand der vorher teil meines lebens war kurze zeit später auf der straße im grunde genommen in verschiedensten variationen die auslöschung des jüdischen volkes besingt dann ist er nicht mehr teil meines lebens ja das ist aber ist dir das passiert na klar habe ich menschen gesehen die from the river to the sea schreiend über die straßen gegangen sind die teil meines lebens vorher waren selbstverständlich wirklich ja wow was heißt wow ich bin nicht der einzige dem das passiert ist du wirst auch andere das werden dir einige andere auch sagen dann gibt es nur mal ganz kurz aber das ist ja also wenn wir darüber reden dass es ein wie auch immer nah freund ist nicht nicht extrem nah aber menschen die ich kenne es sind übrigens nicht viele es sind vielleicht zwei drei aber das reicht das tut ja weh also das ist du fragst dich ja das meine ich ja also gerade wenn man dich kennt das ist schockierend ja das ist natürlich schockierend und dann gibt es deswegen kommt dieses wow und dann gibt es andere fälle da muss ich sagen das liegt wahrscheinlich einfach an der person x genauso wie an mir weil ich in meinem zustand und die andere person in ihrem zustand das elementarste vergessen haben nämlich miteinander zu sprechen da trage ich genauso Verantwortung wie sie oder er da übrigens glaube ich in diesen Fällen dass es sehr wohl sein kann dass diese Menschen auch wieder zurückkommen in das Leben da hat das einfach nicht da hat man es einfach nicht geschafft und plötzlich hört man seit vier Monaten nichts mehr voneinander da hab ich da hab ich kein Groll das ist einfach so passiert ich hab ein Groll ähm gegen die anderen wenn Menschen aus deinem Leben gehen aufgrund von so etwas oder das kann ja auch ganz das können ja auch andere Gründe sein was ja was macht das mit dir dann sind das kann ich nicht beantworten das ist menschenabhängig ja es gibt auch Menschen denen ich sehe ihr seid doch aktiv ihr seid da ihr seid überall ihr seid laut ihr seid so ich hab kein einziges Mal gefragt wie es einem geht das ist dann enttäuschend was hat dich politisiert welches ereignis mich politisiert hat naja wenn wir so sagen also wenn wir es auch wirklich als eine also die erste analogie nehmen zu Ding Dong Klavier drücken Ding Dong war Lehman Zusammenbruch und warum war das für dich so eine große Sache weiß ich ehrlich gesagt nicht alles was dann drumrum passierte der Auftritt von Steinbrück mit Angela Merkel ihre Einlagen sind sicher diese ganzen ich hab das damals gesehen und war es hat die Situation hat die politische der politische Alltag in dem Moment hat mich auf einer neuen Ebene bewegt und berührt und ich hab damals angefangen mir viele Gedanken zu machen noch viel mehr Zeitung zu lesen und mit Leuten zu sprechen und was mich dann auch in diesem nennen wir es politisieren weiter politisiert hat waren wieder Menschen waren Freundschaften die daraus entstanden sind die mir dann wiederum Perspektiven eröffnet haben die mir gewisse Bücher zu lesen gegeben haben die ich vorher nicht gelesen habe und und so weiter und so weiter aber ich würde sagen für mich war so im alter von 2021 der der knalleffekt war lieben also du bist ja wir haben schon gehabt den eigenen ton finden in der musik wir haben gehabt sprache um zu bestehen da draußen für dich als achtjähriger und dann ging es ja plötzlich darum eine politische stimme zu finden war das eine ähnliche suche wie beim klavier subcutan wahrscheinlich schon ja deswegen ich habe mich verwundert dass es irgendwie Lehman Brothers sind aber wahrscheinlich ist es egal manchmal es wäre wahrscheinlich egal gewesen was es war mich hat diese Situation damals ungeheuer beeindruckt einfach ohne jedes Verständnis für das warum es hat mich beeindruckt die Gravitas dieses Auftritts Merkel Steinbrück hat mich beeindruckt Occupy Wall Street hat mich beeindruckt die die ganze Diskussion um die wie hieß die den großen Versicherer AG hat sie AIG so was dieser Fasszusammenbruch dieses gigantischen Versicherers dieses das hat mich unglaublich einfach beeindruckt so und ich habe angefangen mir darüber Gedanken zu machen das war aber eher so nach innen gerichtet ich wollte es verstehen wo ich wirklich auch anfing eine gewisse Wut zu artikulieren das war dann einige Jahre später oder einige Zeit später das war dann der Ausbruch und der Beginn der Griechenland der Euro Krise der Griechenland Geschichten weil ich es so völlig unabhängig davon wie man ökonomisch die Situation eines Landes bewertet ich habe davon überhaupt keine Ahnung und ich will nicht irgendwie über Sachen also früher war es vielleicht anders aber ich will heute nicht über Sachen Spadronieren von denen ich keine Ahnung habe ich habe nicht an der TikTok studiert aber die Art wie über Griechenland geredet wurde die Faulen da unten wir die Fleißigen das mediale und politische der mediale und politische Sprachgebrauch der hat mich wirklich wirklich wütend gemacht die und wir die gegen uns die wollen unser Geld die diese die faulen Griechen die ganzen das hat mich wirklich wirklich sehr emotionalisiert hast du eine Erklärung warum ja weil ich nicht mag wenn man so über Leute redet menschen zweiter klasse behalten das ist einfach das hat mich wirklich wütend gemacht rasend gemacht und in der zeit oder so kurz vorher aber in der zeit habe ich dann irgendwie einen twitter account aufgemacht und da war niemand aber ich habe dann plötzlich angefangen über dieses über diese plattform journalisten zu folgen texte zu lesen die ich vorher überhaupt nicht gesehen habe gewisse diskussionen mitzubekommen ich meine man glaubt es nicht aber das war ja mal irgendwie eine wirklich geile plattform so und und haben Leute miteinander gerungen und ich habe gelesen dadurch natürlich mich selbst gebildet dadurch wieder neue fragen gehabt und und so weiter es war eine bildungs bildungs plattform tatsächlich für mich so und irgendwann auch gedacht ach komm das kann ich auch mal mit kommentieren so 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 entstand das dann so kam so kam das eine zum anderen und es entstanden Verbindungen zu Menschen die zum Teil heute noch halten auch Freundschaften sind da entstanden aber da habe ich nicht als Musiker geredet sondern einfach nur als ich war dir das bewusst dass das ungewöhnlich ist für einen klassischen Musiker das haben andere gesagt insofern war mir das bewusst dass andere das offensichtlich finden für mich war das ich habe mir keinerlei Gedanken dran verschwendet ich habe es einfach gemacht und dann kam das eine zum anderen und dann natürlich ich meine ohne Ironie ich bin erst 36 Jahre alt also so viel habe ich auch jetzt irgendwie groß nicht ich habe schon viel erlebt aber noch nicht sehr viel das heißt meine historischen Abstände sind relativ kurz aber ich sage mal ich bin groß geworden in einer Welt politisch seit dieser seit diesem Finanzkrisen also seit dem 11 September aber da war ich zu klein seit diesem 2008 2008 2008 crash zumindest als mediale und teilweise politische Erzählung in einer Welt die dir suggeriert der Weltuntergang kommt morgen und dann kamen andere Themen und dann kam natürlich das ganze ja dieses Angela Merkel ist nicht schließen der Grenzen das war ein wirklich nochmal so ein Schub von Politisierung das war sehr sehr intensiv für mich die ganze der ganze beginn dieser dieser Krise und die Zeit danach so und so kam so kam das eine zum anderen und und dann kam natürlich Corona und in dieser Corona Krise habe ich angefangen die ersten Zweifel zu spüren an gewissen Leuten und gewissen ich sag jetzt mal Denkschulen du bist ja dann auch weg von dieser Plattform ja damals nannte man sie noch Twitter heute X jetzt bist du da wieder Igor's Back ähm warum weil ich im Café saß und verzweifelt war und irgendwie dachte ich möchte gerne die ähm israelische nationalen Hymne posten und dann habe ich den Account reaktiviert und for my people geschrieben und gepostet und dann war der halt wieder da und ich habe diesen Account wieder wieder aufgemacht nach einem Jahr habe auch wieder irgendwie hier und da was was raus posaunt aber ich empfinde keinerlei keinerlei Interesse mehr daran es kann kommen und es kann gehen es ist mir diese Plattform ist mir komplett egal ich habe sie der Account ist groß besteht wahrscheinlich zu von den 177.000 Followern habe ich wahrscheinlich 176.922 Bots die mir die mir folgen also ist es halt dort gerade aber ich habe ich folge dort niemandem mehr ich habe noch immer direkten Draht zu gewissen Leuten ich sehe was Menschen machen wenn ich es sehen will aber die die Plattform als solches kann mir komplett den Buckel runterrutschen ist ja auch nicht glaube ich nicht immer eine Frage das war mal anders ja aber ich glaube es geht ja mittlerweile wie du es erst gesagt hast ist ja auch eine Befreiung dir ist es egal wo dieses Klavier steht und so sehe ich das beobachte ich das zumindest dir ist es eigentlich egal ob das jetzt X ist oder Podcast ist oder was auch immer es ist nein nein das ist es nicht diese spezifische Plattform ist einfach sie ich halte sie ich habe sie ich bin da wie gesagt manchmal ist mir danach dann haue ich einen raus oder vorstelle eine Frage oder sage etwas aber sie spielt emotional in meinem Leben keine Rolle mehr und das war mal anders das war mal Twitter war Teil meiner Identität das war richtig identikatorisch für mich da zu sein ich habe auch was ich dort posaunt habe habe ich auch im realen Leben getan aber das Format war wirklich enorm wichtig für mich und heute ist es einfach ja es ist eine App die ich die meiste Zeit überhaupt nicht mehr auf dem Handy habe ich glaube Tommy Schmidt hat mal ich hoffe ich zitiere Tommy richtig aber er hat so etwas ähnliches gesagt wie Twitter als würdest du in den Garten gehen und so eine Platte hochheben nach Ewigkeit nur was du da siehst ist das und ich muss ihm mit wenigen Ausnahmen schon damals habe ich ihm Recht gegeben und heute sowieso und trotzdem bist du noch da in irgendeiner Form und trotzdem bin ich noch da wie gesagt ich bin halt da und dann halt nicht wie hat sich auch durch den siebten Zehnten verändert womit du dich identifizierst wenn wir gesagt wenn du gerade gesagt hast du hast dich mit dieser Plattform identifiziert jetzt ja nicht mehr was sich verändert hat ist nicht ich würde sagen meine Grund ich habe ja vorhin gesagt meine Grundüberzeugungen sind geblieben aber ich ja ich würde mal sagen ich habe früher mehr auch unterbewusst im Namen von von jemandem und von etwas gesprochen das ist fast fast also das ist vorbei ich sehe in allen politischen wenn wir jetzt mal bei der Politik bleiben ich sehe aus allen politischen Richtungen Nazis außen vor gelassen und links angestrichene Nationalisten auch ich sehe in allen politischen Richtungen aus allen politischen demokratischen Parteien fantastische fantastische Menschen die gute Dinge tun und Menschen die nicht gute Dinge tun ich bin Parteimitglied der Grünen das hatte sehr auch sehr gewichtige Gründe weshalb ich damals für mich entschieden habe Parteimitglied zu werden es hatte vor allen Dingen Gründe der individuellen Beziehungen zu gewissen Politikerinnen und Politikern der Partei die mir in einer sehr heftigen Zeit sehr geholfen haben und wo es einfach um meine Sicherheit ging und ich habe damals gedacht es fühlt sich gut an so ein Vereinsdach über dem Kopf zu haben und now it happens to be ist eine meiner dieser von mir immer wieder genannten eineinhalb Handvoll engster Freunde ist eine Politikerin von den Grünen das ist aber für mich das ist ja für mich keine Politikerin vor der ich da stehe es ist einfach eine meine meine eine meiner engsten Freundinnen und mir wie Familie so aber ich bleibe es jetzt auch weil die Partei gibt mir auch seit dem 7. Oktober keinen Grund da nicht mehr Mitglied zu sein wenn sie mir den Grund geben würde wäre ich nicht mehr Mitglied tun sie aber nicht aber ich empfinde keinerlei Parteilichkeit mehr keine ich empfinde nur noch ich gehe nur noch nach Mensch dem ich traue und meinen Überzeugung was auch schade ist weil naja weil du auch jemand bist der ja Menschen auch zu Bewegungen gebracht hat würde ich behaupten durch durch deine ich glaube es gab zumindest mal so eine Zeit dass es auch schon fast eine Bewegung ein 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 politischer Akt war zu dir zum Konzert zu gehen also schon ein bisschen so eine Haltungsfrage man geht aber meine Haltung hat sich doch nichts verändert nee aber du bist jemand der auch ein Scheinwerfer dahin leuchtet zur Bewegung und sagt guck mal hier sind eine Gruppe von hier ist etwas das würde ich übrigens zu gewissen Bewegungen auch noch immer tun okay aber nicht weil die Flagge so heißt sondern weil die Menschen so sind ja ich habe in aller ich habe also ein Beispiel ja das ist keine es ist kein internes geheimnis Memo sondern ich habe ihr das im Privaten gesagt und dann habe ich das auch öffentlich gesagt als diese ganze als dieses als diese ganze Unerträglichkeit an Unerträglichkeit losging mit Greta Thunberg natürlich habe ich die Frage bekommen du warst doch mit Fridays du bist doch mit Fridays irgendwie machst du das und die Antwort ist ganz einfach ich habe mich einmal mit Luisa zusammengesetzt und wir haben sehr offen gesprochen Luisa Neubauer Luisa Neubauer Luisa ist einer der was das Thema angeht wenn wir über Antisemitismus sprechen jetzt bleiben wir mal bei Antisemitismus die ist so so klar so offen und auch offen mit ihrer Klarheit wo sie steht ich habe jedes unbedingte Vertrauen in sie ich lasse gar nichts auf sie kommen und wenn sie mir sagt Igor Fridays for Future Deutschland ich sehe doch intern wo die wo die stehen ist absolut stabil und klar dann muss ich nicht dann dann will ich dann muss ich das nicht individuell überprüfen ich vertraue ihr und wenn sie mich fragen würde etwas gemeinsam zu machen tue ich es aber als Jude Igor ist es mir wirklich viele ist mir wirklich schwer bis es so etwas gibt wie eine Fridays for Future Deutschland Flagge unter einer Fridays for Future Flagge zu laufen das ist wirklich schwer das zu verlangen wäre jetzt unmöglich und die erste Person die das weiß ist sie sie ist sie ist die Energie mit der Luisa ihr Leben lebt und nun wirklich nun wirklich eine ganze ich will nicht sagen eine ganze Generation aber sehr 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 viele Menschen eine junge Generation emotionalisiert und politisiert hat diese Frau ist ein Geschenk und für sie ich stelle mich Tag und Nacht vor sie aber vor sie und vor das was sie präsentiert das ist das ist jetzt so ein Beispiel unter vielen aber es war wirklich in diesen ersten Wochen nach dem 7. Oktober wo es noch nicht mal so etwas gab wie ein Gegenangriff und ein Einschreiten der israelischen Armee so wo es einfach darum ging dass 1200 Juden ermordet wurden auf israelischem Boden da Menschen zu sehen die nach ihrem jahrelangen wir sind gegen jede form von menschen hass gerede denn als solches muss ich es jetzt mal bezeichnen da Menschen zu sehen die entweder gar nichts zu sagen hatten oder dieses widerliche ja aber passierte ja nicht im luftleeren raum das war bitter das war bitter und da aber Menschen zu sehen aus noch mal gleichzeitig so viele Menschen zu sehen aus allen demokratischen politischen Richtungen die Empathie zeigten das war mir das war ein wichtiger Moment für mich ja es ist total gemein sowas zu fragen und wir können das auch total skippen weil es auch natürlich überhaupt eigentlich 0,0 deine Aufgabe ist das zu beantworten aber vielleicht wir sind ja beim trauen begreifst du das dass das so ausgeblieben ist also wie gesagt es ist nicht deine Aufgabe das zu erklären intellektuell begreife ich es weil es offensichtlich Leute gibt die unterscheiden zwischen der jüdischen Frage und der israelischen ist ja dort passiert und nicht hier das ist wirklich widerlich also es ist wirklich schlimm aber es gibt Leute die so denken ich habe mit Menschen telefoniert die mir das gesagt haben die mir auf die Frage ich habe mit Leuten aus meiner Branche gesprochen die haben sich bei jeder Krise der letzten Jahre aber wirklich keine drei Sekunden Zeit gelassen bevor sie nicht in aller Öffentlichkeit Solidaritätsbekundungen Veranstaltungen Konzerte geplant und ausgeführt haben sich in Nationalflaggen gehüllt haben das volle Programm abgezogen haben die in einer Situation wo auf Berliner Straßen jüdische Eltern Angst haben ihre Kinder zur Schule zu schicken in der Situation Nichts Daten nicht da waren Leute die mit ihren mit ihren man trägt so Werte vor man sei ja die Hochkultur nicht da waren und auf meine Frage privat am Telefon wo seid ihr während auf unseren Straßen sich eine bizarre oder in unserer und unserer Gegenwart sich eine erschütternde sozusagen antisemitische Großkoalition bildet zwischen von sowieso schon vorhandenen hoch höchst gefährlichen Rechtsextremisten von sowieso jetzt vorhandenen Teilen der radikal islamistische Szene jetzt noch komplett verdrehten selbst ernannten links progressiven nicht alle aber einige wo seid ihr die Antwort kam und ich zitiere ich verstehe dich aber Israel ist kompliziert und dann muss ich diese Antwort als das benennen was sie ist sie ist mindestens eiskalt mindestens eiskalt sie ist mindestens opportunistisch und feige und in manchen Fällen ist es einfach okay dann danke dann danke dass du mir sagst wer ich für dich bin vielen 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 herzlichen dank dafür dann musst weißt du das war erschütternd während ich das aber sage nicht alle sind so wirklich nicht aber jeder einzelne der so war und ich will es noch mal betonen ich finde immer noch dass es stimmt ist aber ich rede über einen zeitraum da gab es noch keinen angriff auf gaza da gab es entführte ermordete verbrannte vergewaltigte juden auf israelischem boden that's it das war die einzige geschichte ja leben ist zumeist nicht eins oder null und es ist grau und es ist kompliziert und für alles gibt es verschiedenste erklärungen das war eins oder null und ich also mit den vorhin genannten ausnahmen ich mache von niemandem auf ewig die tür zu aber mein vertrauen in gewisse leute ist angeknackst und dem einen habe ich am telefon gesagt ich weiß nicht wie ich dir in zukunft in die augen gucken soll ich weiß es einfach nicht ich werde es müssen aber ich weiß nicht wie das gehen soll du hast also wir haben erst über freiheit gesprochen und dann hast du haben wir das ja so ein bisschen auseinander gedröselt wie das geht freiheit und dennoch das was da gerade auch passiert und du hast dann das wort bedrohung in den mund genommen und was müsste denn hergestellt werden dass dein sicherheitsgefühl darf ich hier nochmal da muss ich da muss ich eingreifen ich fühle mich nicht körperlich bedroht ich bin nein ich meine das total ernst wir sind wir leben in einer freien offenen gesellschaft es gibt keine absolutes es gibt kein absolutes sicherheitsversprechen nicht für dich nicht für mich okay ja es gibt kein absolutes ähm das gibt's einfach nicht das absolut absolute versprechen von einem staat ist faschismus das ich will nicht in einem in einem staat leben der mir irgendetwas absolut verspricht das ist nicht mein staatsverständnis niemandem ist Sicherheit garantiert und niemandem ist nein anders niemandem ist garantiert dass nicht irgendwer auf die Idee kommen kann dir einfach auf die Fresse zu gehen du kannst eine oder jemand dich wie auch immer geartet attackiert und angreift du kannst eine Frau in einer U-Bahn sein nachts du kannst ein Kopftuch tragen irgendwo du kannst Jude sein du kannst dieses sein du kannst einfach du sein und jemand kann dir einfach auf die Fresse gehen das ist nicht meine Angst natürlich beschäftigt es mich dass Lahav Shapira hier krankenhausreif geprügelt wird weil er einfach Jude ist und sonst gar nichts das meinte ich das ist schockierend für mich und nein es ist schockierend und es ist es ist es ist furchtbar und ich wünsche ihm sehr dass er ganz schnell Genesung findet die Reaktion da kommen wir wieder drauf waren teils wirklich erschütternd aber ich soll mich überhaupt nicht mehr über die reden mein Bedrohungsgefühl liegt wirklich woanders das ist das ich weißt du ich habe da viel darüber nachgedacht die letzten Monate wer vorhin erzählt ich sehr häufig sage ich meinen eltern wie sehr ich ihnen danke dass sie uns alle aus russland raus geholt haben wir sind 95 nach russland nach deutschland emigriert ende 95 ich war seitdem insgesamt glaube ich fünfmal auf russischem boden ich war ich glaube sowas wie 98 da ich war glaube ich sowas wie 2002 da dann ungefähr 17 jahre nicht und dann habe ich da zweimal gespielt 2019 dreimal also diese fünf vielleicht waren es sechs besuche ich weiß nicht mehr also ich habe im Grunde gar nichts mit dem Land zu tun trotzdem ist es das Land meiner Geburt und spätestens seit dem seit Februar 2022 eigentlich schon seit 2014 aber da habe ich es noch nicht so begriffen das Land meiner Geburt ist im Grunde genommen in meinen Augen zerstört moralisch zerstört ist mir weggebrochen sagen wir es mal so obwohl ich es nie wirklich hatte oder haben wollte es ist mir weggebrochen ich kann da nicht mehr hin ich will da nicht mehr hin okay kaputt das Land meiner das mir wahrscheinlich fast am meisten bedeutet das Land meiner heimlichen und nicht heimlichen ich sag mal Sehnsüchte damals zu leben die Vereinigten Staaten sind in meinen Augen in höchster Gefahr sind am für mich am wegrutschen ist noch nicht ausgemacht aber es fühlt sich bedrohlich an das Land in dem ich lebe mein Zuhause und ich bin diesem Zuhause noch immer sehr sehr verbunden hat hat in sagen wir weiten teilen mich sehr sehr enttäuscht und verletzt aber aber es ist es fühlt sich für mich noch nicht an wie ein Zuhause das am wegrutschen trotz trotz Faschisten trotz diesem ich glaube an den Selbsterhalt dieser dieser Demokratie ich glaube daran du hast dich und Israel das natürlich wie glaube ich für sehr viele 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 Juden in dieser Welt ich will nicht sagen für alle wobei auch darüber kann man streiten aber in das Feld will ich gar nicht rein da weiß ich zu wenig das Land Israel das immer essentiell wichtig ist und wichtig war für mich obwohl ich da viele Jahre nicht war aber Teil meines innersten Sicherheitsempfindens ist auch das Wissen darum dass es diesen jüdischen Staat gibt das Land Israel ist in Gefahr aus vielerlei Richtungen auch aus inneren und ich war dort zweimal und so wundervoll es war dort zu sein das ist auch wirklich belastend und plötzlich gerät so sehr sehr viel ins Rutschen und ich sitze da ich ich igor sitze da und denke mir wo sind noch meine Sicherheits Häfen nicht einmal im Sinne von wo ist buchstäblich das Land in dem ich sicher lebe sondern wo sind meine inneren Sicherheits Häfen und da sind eine ganze Menge weggebrochen in letzter Zeit daraus entsteht so ein Bedrohungsgefühl weil die Häfen die ich noch habe an denen halte ich noch 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 fester also noch härter fest freunde und musik familie aber es gab auch mal mehr sicherheit mehrere die zahl meiner sicherheits hefen war früher höher das ist das bedrohungsgefühl und glaubst du dass das wieder hergestellt werden das weiß ich nicht es gibt ich sagte ich hab das mal getwittert vor ein paar tagen es gibt diesen alten witz dass zwei jüdische freunde durch den spazieren laufen im wald und dann merken jemand verfolgt sie und einer schaut sich um und sagt dem anderen lauf sie sind zu zweit und wir sind allein das ist kein kein angenehmes gefühl und ich bin nicht allein wir sind nicht allein ich bin nicht wehrlos aber ich bin in gewisser weise verunsichert was schenkt dir zuversicht menschen was müssen die machen damit du zuversichtlich empathisch sein bleibst und immer mal fragen wie es einem geht das wirklich das das zieht sich durch heute ja und es ist das mindeste aber auch das wichtigste du hast mal gesagt dass du dich also das ist alles ja also anfang mitte letzten jahres und davor dass du dich immer gewundert hast dass so wenig menschen auf die straße gehen wenig menschen aktiv werden jetzt erleben wir das ja gerade dass viel mehr menschen aktiv sind gibt dir das beruhigt dich das ein stück weit oder ist zum teil also beruhigen nein es ist zum teil vielleicht gibt mir das das gefühl von zuversicht zurück ja ich freue mich darüber darüber dass so viele sich jetzt zeigen von ganzem herzen und das sagt der staatsbürger Igor der jude Igor fragt sich wo sie waren bezeichnest bezeichnest du dich selbst als jude so wie du es jetzt hier schon zum zweiten mal gemacht hast seit dem siebten zehnten erst also ich habe schon ein paar mal gelesen in der vorbeerlung in der gewichtung mit dem gewicht und mit der empathie die ich diesem wort gegenüber erbringe das war vorher nicht so ist es wirklich also jetzt muss ich wirklich aufpassen meine Hauptbeschäftigung gerade besteht darin mir zu erklären weshalb ich so viele Jahre Geschichten las über jüdische Geschichten über nicht nur aber auch aber auch Dokumente aus der Zeit der Shoah und mir immer gelang so eine Außenposition einzunehmen es mir immer gelungen jüdisch sein war auch viele Jahre so eine Mischung zwischen Witzen und jüdischem Humor den ich sehr liebe und so einer rührenden anekdotischen Art und Weise über die Beziehung zwischen Söhnen und ihren Müttern zu erzählen aber es hatte auch was bequemes distanziert auf jeden Fall auch heute lese ich diese Geschichten und höre meine eigene Stimme darin ich fühle ich versuche zu verstehen woher das kommt und einerseits will ich mir gelingt mir gelingt die Vogelperspektive gerade nicht ich bin eigentlich ziemlich gut in Vogelperspektive jetzt gerade wie meine wunderbare Maren sagt jetzt gerade ist Frosch Perspektive und das tut unendlich weh und ist unendlich anstrengend auf der anderen seite will ich auch nichts mehr anderes weil ich glaube das ist auch eine riesengroße Chance aber jetzt gerade ist es zu scheiße anstrengend warum hast du bevor du das erzählt hast gesagt dass du jetzt aufpassen musst weil mich das zu Tränen rührt was wäre so schlimm daran ich bin nicht so gut darin außerhalb von intimsten kreisen und der bühne es mal laufen zu lassen nachvollziehbar aber da bin ich dann gut darin zu ja ich denke irgendwie auch also das ist natürlich ein unsagbar schlimmer grund warum das passiert dass du das jetzt tust aber es ist ja auch etwas ja also eine art befriedung mit dem wo man herkommt du sagst ne du hast meine leute genau und wer sind meine leute auch genau darüber hinaus ich habe das mit dem osten so zu merken so man kann sich abgrenzen man kann nach berlin gehen man kann all die sachen machen aber dennoch irgendwann kommt so ja das sind aber auch irgendwie doch meine leute total und irgend so auch das natürlich alles andere als schön gerade aber es gibt und vielleicht wird das mein neuer sicherheitshafen ich glaube da übrigens ganz fest daran dass das ein neuer sicherheitshafen wird aber ich erkunde und entdecke ihn gerade was hält dich davon ab da zu sagen ja er ist es ich brauche zeit und ich fühle es halt so reicht nicht ich muss den weg zurück da kommt der sixpack ego raus genau naja loslassen das müssen wir doch alle lernen korrekt ich meine du trägst eine hoop band ja ich meine du bist auch gefangener von irgendwelchen handy daten ich hatte auch mal einen und dann und dann habe ich ihn gegen eine wand geschmettert weil ich das nicht mehr sehen konnte weil ich dachte ich kann doch nicht leben danach dass mein handy mir sagt meine schlafqualität liegt bei 33 prozent naja bei dir scheint es ja eh immer relativ lobereich zu sein bei mir hat es aber die die nachrichten werden bei mir immer besser ja schön für dich bei mir danke für das mitfühlen das ist einfach den habe ich das ja habe ich mir gedacht ich zahle doch nicht summe x pro monat dafür dass mein handy mir sagt dass ich scheiße schlafe ja danke so habe ich schon gemerkt meinst du weiß ich auch selber dafür muss ich nicht so ein ding da tragen ich finde uhren schöner ist das ja das kann ich nachvollziehen ich finde aber tatsächlich hat sich mein schlaf verbessert das kann ich einfach ist das nicht bitter dass sich dein schlaf verbessert weil du so ein hässliches ding um dein handgelenk ich finde es nicht so hässlich also nee ich finde das also ich sage immer wer heilt hat recht und es ist mir scheißegal ehrlich gesagt wenn ich merke so also wenn es mir schönes wort von dir als depp nicht gelingt mein scheiß handy abend um 22 uhr nicht wegzulegen und einfach pen zu gehen und ich brauche aber wie machst du es und wie hast du es jetzt geschafft dass du das handy weg legst durch dieses ding sagt mir guck mal so und so viel hast du heute geschafft oder nicht geschafft oder wie auch immer damit du wirklich auf deinen schlaf kommst solltest du um 21 uhr 30 ins bett gehen und es ist interessant also wenn das meine frau sagt dann denke ich ja klar eye roll wenn das ein amerikanisches unternehmen sagt sag ich ob das soll ich was sagen und als mein whoop band mir sagte um deinen schlaf zu kriegen und da war ich in leipzig solltest du um 21 45 ins bett gehen habe ich gedacht du scheiß gerne ich habe um 20 uhr ein konzert und ich gehe halt nicht um 21 45 ins bett sondern muss ich noch mit den leuten essen gehen und es ist halb eins und dann wirst du mir am nächsten morgen sagen dein schlaf war schlecht elf prozent schlafqualität energie level null und dann werde ich sagen schleicht dich ich gehe ins fitnessstudio und dann habe ich gedacht ich kann auf dich eigentlich auch verzichten nur das problem ist ich kenne mich was ist passiert jetzt gehe ich nachher raus und denke bei dem hat es funktioniert soll ich doch nochmal ausprobieren und dann bestelle ich es mir wahrscheinlich nicht nur um es ein halbes jahr später wieder drauf zu treten weil es zu nichts führt ja es ist ja auch immer so eine art wir sind jetzt im werbeblock von wub aber es bleibt ja auch alles ich glaube man braucht immer wieder neue art von medizin genau und es ist auch gar nicht das werbeblock ich habe es gibt ja verschiedenste formen ich war dieser dieser leute tracken sich auch irgendwie die ganze zeit ich habe auch eine Zeit lang gesagt ich muss jetzt tracken was ich esse und es passt einfach zu meiner lebensrealität nicht es geht nicht ich muss ich kann häufig sehr 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 häufig nicht vermeiden um 22 30 mein essen zu bestellen damit es um 23 Uhr kommt das ist teil des jobs was soll ich dann machen ja dann schlafen nächstes thema sagt ja nicht du musst um 21 30 ins bett sage ich nur sondern wir wissen ja schon was wir jetzt meinen wir kommen eh so langsam in den aufwach bereich trau dich es hat gar nicht mit trauen zu tun also ich schätze das ja total dass du jemand bist den man fragen darf und kann also deswegen ist es weniger ein trauen sondern eher eine frage ist es vielleicht langweilig oder nicht aber wir haben erst über Musik gesprochen die du mit der Zeit verbindest als dein Freund verstorben ist welche Musik ist es jetzt die dich jetzt durch diese Zeit begleitet die du auch vielleicht in fünf Jahren wenn wir hier sitzen sagst das war die Musik eine Mischung von du das ist ehrlich gesagt gerade nicht es gibt jetzt nicht die eine Musik die mich begleitet das was ich gerade höre ist eine wilde ein bisschen wilde Mischung zwischen sehr viel Brahms und Mendelssohn und sehr viel NWA so das höre ich gerade aber ich glaube Boys in the Hood ist gerade auf Dauerschleife müssen die Menschen deren Musik du spielst gute Menschen sein das ist eine wirklich komplizierte Frage wenn sie tot sind nein weil dann sind sie tot dann gehört ihnen das Zeug nicht mehr sondern mir ich kann es kontextualisieren ich kann es drehen ich kann es wenden und ich kann Stücke von den schlimmsten Antisemiten der Welt spielen aber A ist er tot und B ist doch mein Triumph ich bin da du bist weg so also wenn sie tot sind nein die Frage ist eine ganz andere wenn sie was ist wenn sie leben und wirken und da kommen da geht es nur darum kann ich mir in den Spiegel schauen sprich wie definiere ich ihr schlecht sein definiere ich es weil sie sich weil die sich daneben benehmen nein ganz im Ernst definiere ich es dass sie sind sie Menschen die grundsätzlich willens willens sind zu zerstören dann werde ich ihre Musik nicht spielen aber wenn sie tot sind ganz im Ernst also das halte ich für sowas kann ich nicht ernst nehmen auch wenn das also wenn es geht ja nicht um Musik es geht ja auch um Gemälde die irgendwo hängen also die sollen hängen bleiben und fertig ja man soll sich mit ihnen auseinandersetzen aber sie nicht weghängen das ist aber da spricht der Künstler aus mir ich hätte mir ich meine Hasenfüßigkeit und weghängen von Dingen ist ein Konzept an das ich nicht glaube ich glaube daran in harte Auseinandersetzung zu gehen das ist Teil das war Teil das war real das war mal Gegenwart und ich bin Freund davon es sich dann richtig hart zu geben und damit umzugehen ich kann mir nicht so richtig vorstellen dass du keine Ziele hast oder keinen Blick hast ich würde nicht das ich so aber ja Punkt was sagen wir mal ich kann mir nicht vorstellen dass du keine Träume hast oder keinen also du dass dass dir die Fantasie für die Zukunft also ich glaube ich nehme dir ab dass du kein Bild von dir hast wie du aussiehst in 30 Jahren dafür gibt es ja Apps aber wir haben ja auch erst schon über dieses vergleichen gesprochen wohin möchtest du als Musiker noch kommen weiter das ist eine zu kurze Antwort jetzt ich möchte nein die ehrliche und die einzige Antwort ist ich möchte ich ich hoffe sehr dass ich noch sehr 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 lange lebendig und gesund genug bin um sehr viel Musik zu machen das ist das Ziel also man könnte ja auch also ich kriege immer wieder die Frage gehen dir nicht langsam die Gäste aus dann sage ich immer nein fragst du mich ob mir die Musik ausgeht ja ja ist nicht ganz ohne die Frage ähm stand jetzt nein aber du bist ja ein sehr fleißiger Mann ich bin ein sehr fleißiges Bienchen ja aber weißt du wenn ich wenn mir irgendwer sagt dass ich nur noch Beethoven Sonaten spielen darf ganz im Ernst es gibt schlimmere Schicksale das stimmt also die Musik wird mir nicht ausgehen und was ist mit der Igor Levitt Musik was ist mit seinen Sonaten klar ich habe noch nichts geschrieben mein Freund Kowalski findet ich sollte es mal tun und dann denke ich mir Aram du kannst du kannst besser schreiben als ich schreib du mir doch was und dann tut es und dann bin ich sehr froh und spiele es aber ich habe noch nichts eigenes geschrieben mal gucken vielleicht ist mir ja mal danach aber es ist auch ein Handwerk du musst ja wissen was du tust und ich habe es nie gelernt am Ende bin ich dann doch nicht so ein Quatschkopf wie alt bist du jetzt 36 und das heißt du würdest mir gerade erzählen dass du in 33 Jahren noch nie geschrieben hast noch nie versucht hast mal zu gucken wie ist denn das was weil wenn ich das dann gemacht habe dann kam da plötzlich Mozarts Zilosonate raus aber nochmal vielleicht ändert sich das ja und gibt es etwas wo im Grunde haben wir es auch schon beantwortet nicht aber vielleicht willst du als Mensch noch irgendwo hinkommen ist eine unbeantwortbare Frage für mich warum weil ich das nicht habe als Lebenskonzept weil ich einfach weil du ein ordentlicher Mensch bist der hier und jetzt lebt weil ich einfach hier und jetzt lebe und sehr sehr gerne lebe und sehr sehr gerne ich hätte sehr gerne noch sehr lange von diesem Leben was zu haben und das ist mein das ist mein Hauptwunsch das kostbare Leben noch ein bisschen noch so lange wie möglich leben zu dürfen ja und versuchst du noch du hast mal gesagt du bist nicht gut darin gut zu dir zu sein versuchst du das also bist du im üben ja ja ich lerne ich habe sehr lange nicht sehr lange aber ich habe ein bisschen zu lange ein bisschen zu wenig gelesen ich lese ich lese wieder Bücher das ist ein sehr 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 schöner Zustand dann würde ich jetzt langsam die letzten drei Fragen stellen los du wirst du wirst zappelig nee was denken andere über dich was nicht stimmt da fällt mir jetzt zu vieles ein es gibt Menschen die glauben ich sei unkollegial das ist einfach einfach der größte Käse den ich je gehört habe es gibt glaube ich Menschen die halten mich für viel die halten mich für einen engstirnigen Ideologen und das Gegenteil ist der Fall aber mir würden jetzt wahrscheinlich noch viel mehr Dinge einfallen was möchtest du gewesen sein was möchte ich das mal auf meinem auf meinem Grabstein stehen vielleicht wie auch immer du das auf Englisch würde ich sagen here's a good guy das würde mir schon reichen und da drunter soll der soll irgendein guter Witz eingraviert werden welcher wäre es heute der den ich dir vorhin erzählt habe mit den beiden im Wald eine große Plakatwaren am Alexanderplatz das ist die letzte Frage und du darfst entscheiden was darauf steht was schreibst du drauf leben ich hätte jetzt gewettet dass du alles drauf schreibst aber leben ist ja im Grunde alles exakt vielen vielen herzlichen Dank danke dir hat mir richtig richtig Freude gemacht mir auch dankeschön das war Igor Levitt vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und auch Zuschauen ich habe gerade gemerkt ich mag es total wenn ein Gespräch in so viele verschiedene Richtungen geht wie das Gespräch hier und hoffe euch geht es genauso eine kleine Anekdote hier am Rand ich habe mir vor einigen Monaten ein Klavier gekauft was jetzt hier steht im Hotel Matze vielleicht habt ihr es auch im Video gesehen und damals als ich es gekauft habe habe ich gedacht ah wenn eines Tages Igor Levitt hierher kommt dann wäre es ja großartig wenn der hier wirklich ein tolles Klavier stehen hat und dann ein Stück spielen kann ich habe Igor nach dem Gespräch gefragt allerdings waren wir zeitlich so ein bisschen drüber schon er hatte auch nicht so richtig Lust und deswegen gibt es leider kein Klavierstück deswegen steht das Klavier hier nach wie vor ungespielt von Igor Levitt da aber vielleicht kommt er irgendwann wieder ich würde mich sehr sehr freuen und spiele da nochmal ein Stück ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rochol für die redaktionelle Unterstützung bei Maximilian Frisch für die Produktion und bei Mitvergnügen für die Distribution und Vermarktung und wenn ihr Lust habt auf eine weitere Folge dann möchte ich euch die Folge mit Michel Friedmann empfehlen über den haben wir hier nämlich auch ganz kurz gesprochen am Ende des Gesprächs ich wünsche euch noch einen schönen Tag eine gute Nacht auf bald Heumatze Du bist du immer noch ein paar bis 50 bis 50 bis 50 bis45 bis 50 Bis zum nächsten Mal.